Im Gerichtssaal von Selma Lagerlöw. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es ist in einem Gerichtssaal weit draußen auf dem Lande. Am Richtertisch hoch oben im Saal sitzt der Richter, ein großer, stark gebauter Mann mit breitem, grob geschnittenem Gesicht. Schon mehrere Stunden hat er einen Fall nach dem anderen entschieden und schließlich ist etwas wie Überdruss und Düsterkeit über ihn gekommen. Es ist schwer zu sagen, ob es die Hitze und Schwüle im Gerichtssaal ist, durch die Beschäftigung mit allen diesen kleinen Zwistigkeiten, die aus keinem anderen Grunde entstanden zu sein scheinen, als um die Streitlust und Unbarmherzigkeit und Gewinnsucht der Menschen zu zeigen. Er hat gerade mit einer der letzten Verhandlungen begonnen, die an diesem Tage geführt werden sollen. Es handelt sich um die Forderung eines Erziehungsbeitrages. Dieser Fall ist schon am vorigen Gerichtstag verhandelt worden und das Protokoll des früheren Prozesses wird eben verlesen. Daraus erfährt man fürs Erste, dass die Klägerin eine arme Dienstmarkt ist und der Beklagte ein verheirateter Mann. Weiter geht aus dem Protokoll hervor, dass der Beklagte erklärt hat, dass die Klägerin ihn mit Unrecht und nur aus Gewinnsucht hierher zitiert habe. Er gibt zu, dass die Klägerin eine Zeit lang auf seinem Hof in Dienst gestanden sei, aber er habe sich während dieser Zeit in keinerlei Liebeshandel mit ihr eingelassen und sie habe kein Recht, irgendwelche Unterstützung von ihm zu begehren. Die Klägerin hat jedoch an ihrer Behauptung festgehalten und nachdem man einige Zeugen vernommen hat, ist dem Beklagten aufgetragen worden, einen Schwur zu leisten, wenn er nicht verurteilt werden soll, der Klägerin die verlangte Unterstützung zu geben. Beide Parteien haben sich eingefunden und stehen nebeneinander vor dem Gerichtstisch. Die Klägerin ist sehr jung und sieht ganz verschüchtert aus. Sie weint vor Scham und trocknet mühsam die Tränen mit einem zusammengeknüllten Taschentuch und es scheint, als könne sie es nicht auseinanderfalten. Sie trägt schwarze Kleider, die ziemlich neu und ungetragen aussehen, aber sie sitzen so schlecht, dass man versucht ist zu glauben, sie habe sie sich ausgeliehen, um anständig vor Gericht erscheinen zu können. Was den Beklagten betrifft, so sieht man ihm gleich an, dass er ein wohlbestellter Mann ist. Er mag etwa 40 Jahre alt sein und hat ein keckes, frisches Aussehen. Wie er da vor dem Richterstuhl steht, zeigt er eine sehr gute Haltung. Es sieht ja nicht aus, als fände er ein besonderes Vergnügen damit, dazustehen, aber er macht auch durchaus keinen befangenen Eindruck. Sobald das Protokoll verlesen ist, wendet sich der Richter an den Beklagten und fragt ihn, ob er an seinem Leugnen festhalte und ob er bereit sei, den Eid abzulegen. Auf diese Fragen antwortet der Beklagte sogleich mit einem raschen Ja. Er fängt an, in der Westentasche zu graben und holt ein Zeugnis des Pfarrers hervor, das bestätigt, dass er die Wichtigkeit und Bedeutung des Eides kennt und unbehindert ist, ihn abzulegen. Während dieser ganzen Zeit hat die Glägerin nicht aufgehört zu weinen. Sie scheint unüberwindlich scheu zu sein und hält die Augen hartnäckig zu Boden geschlagen. Sie hat den Blick noch nicht so weit erhoben, dass sie den Beklagten ins Gesicht sehen konnte. Als er nun sein Ja sagt, zuckt sie zusammen. Sie tritt ein paar Schritte näher an den Richterstuhl heran, so als hätte sie etwas einzuwenden, aber dann bleibt sie stehen. Es ist wohl nicht möglich, scheint sie sich selbst zu sagen, er kann ja nicht Ja gesagt haben, ich habe nicht recht gehört. Indessen nimmt der Richter das Zeugnis in die Hand und gibt zu gleicher Zeit dem Gerichtsdiener einen Wink. Dieser tritt an den Tisch heran, um die Bibel zu nehmen und sie vor den Beklagten hinzulegen. Die Klägerin hört, dass jemand an ihr vorbeigeht und wird unruhig. Sie zwingt sich, den Blick so weit zu heben, dass sie über den Tisch hinsehen kann und da gewahrt sie, dass der Gerichtsdiener die Bibel zurechtschiebt. Noch einmal sieht es aus, als wollte sie einen Einwand machen. Aber sie hält sich wieder zurück, es ist ja nicht möglich, dass er den Eid ablegt. Der Richter muss ihn doch daran hindern. Der Richter ist ein kluger Mann und er weiß gar wohl, was die Leute in seiner Heimat denken und fühlen. Er müsse doch wissen, wie streng alle die Menschen sind, sobald es sich um etwas handelt, was die Ehe betrifft. Sie kannten keine ärgere Sünde als die, die sie begangen hat. Würde sie je so etwas von sich selbst gestanden haben, wenn es nicht wahr gewesen wäre? Der Richter könnte wohl wissen, welche furchtbare Verachtung sie sich zugezogen hatte. Und nicht nur Verachtung allein, sondern auch alles mögliche Elend. Niemand wollte sie in Dienst nehmen. Niemand wollte ihre Arbeit haben. Ihre eigenen Eltern duldeten sie kaum in ihrer Hütte, sondern sprachen jeden Tag davon, sie hinauszuwerfen. Nein, der Richter müsse wohl begreifen, dass sie keine Unterstützung von einem verheirateten Mann verlangt haben würde, wenn sie nicht ein Recht darauf hätte. Der Richter könnte doch nicht glauben, dass sie in einer solchen Sache lüge, dass sie so furchtbares Unglück auf sie herabbeschworen hätte, wenn sie einen anderen hätte anklagen können als einen verheirateten Mann. Und wenn er dies wusste, so müsse er doch den Eid verhindern. Sie sieht, dass der Richter da sitzt und das Zeugnis des Pfarrers ein paar Mal durchliest. Darum fängt sie an zu glauben, dass er eingreifen wird. Es ist auch richtig, dass der Richter nachdenklich aussieht. Er heftet seine Blicke ein paar Mal auf die Klägerin, aber dabei wird der Ausdruck des Ekels und des Überdrusses, der auf seinem Gesicht ruht, immer deutlicher. Es sieht aus, als wäre er ungünstig gegen sie gestimmt. Selbst wenn die Klägerin die Wahrheit spricht, so ist sie ja doch eine schlechte Person und der Richter kann kein Interesse für sie empfinden. Es kommt manchmal vor, dass der Richter in einen Prozess eingreift als ein guter, kluger Ratgeber und die Parteien davor behütet, sich ganz und gar zugrunde zu richten. Aber diesmal ist er müde und überdrüssig und er denkt an nichts anderes als dem gesetzlichen Verfahren seinen Lauf zu lassen. Er legt das Zeugnis hin und sagt dem Beklagten mit ein paar Worten, er hoffe, dass dieser die verhängnisvollen Folgen eines falschen Schwures genau bedacht habe. Der Beklagte hört ihn mit derselben Ruhe an, die er die ganze Zeit über an den Tag gelegt hat und antwortet respektvoll und nicht ohne Würde. Die Klägerin hört dies mit dem äußersten Schrecken. Sie macht ein paar heftige Bewegungen und presst die Hände zusammen. Nun will sie vor dem Richtertisch sprechen. Sie kämpft einen furchtbaren Kampf mit ihrer Scheu und mit dem Schluchzen, dass ihr die Kehle zusammenschnürt. Das Ende ist doch, dass sie kein hörbares Wort hervorbringen kann. Er wird ihn ablegen. Der Eid soll also geleistet werden. Niemand wird ihn hindern, seine Seele zu verschwören. Bis dahin hat sie nicht glauben können, dass es geschehen würde. Aber jetzt packt sie die Gewissheit, dass es unmittelbar bevorsteht, dass es im nächsten Augenblick eintreten wird. Ein Schrecken, der viel überwältigender ist als alles, was sie bisher gekannt hat, bemächtigt sich ihrer. Sie wird ganz versteinert, sie weint nicht einmal mehr. Die Augen stehen ihr im Kopf still. Es ist also seine Absicht, die ewige Verdammnis auf sich herab zu beschwören. Sie versteht wohl, dass er sich um seines Weibeswillen freischwören will. Aber wenn er auch einen schweren Stand mit ihr haben sollte, so darf er doch deshalb nicht seiner Seele Seligkeit preisgeben. Es gab nichts Furchtbareres als ein Meineid. Es war etwas Geheimnisvolles und Grässliches um diese Sünde. Es gab keine Gnade oder Vergebung für sie. Die Tore des Abgrundes öffneten sich von selbst, wenn der Name des Meineidigen genannt wurde. Wenn sie jetzt die Blicke zu seinem Gesicht erhoben hätte, würde sie gefürchtet haben, es schon mit irgendeinem Zeichen der Verdammnis gestempelt zu sehen, von Gottes Zorn ihm ausgeprägt. Während sie so dasteht und immer größere Angst sich ihrer bemächtigt, hat der Richter dem Beklagten gezeigt, wie er die Finger auf die Bibel zu legen hat. Dann schlägt der Richter im Gesetzbuch nach, um die Eidesformel zu finden. Als sie ihn die Finger auf das Buch legen sieht, macht sie noch einen Schritt zum Richterstuhl hin und es sieht aus, als wollte sie sich über den Tisch beugen und seine Hand fortziehen. Aber noch wird sie von einer letzten Hoffnung zurückgehalten. Sie glaubt, dass er jetzt im letzten Augenblick noch davon abstehen wird. Der Richter hat die Seite im Gesetzbuch gefunden, nach der er gesucht hat und jetzt beginnt er den Eid laut und deutlich vorzusagen. Dann macht er eine Pause, damit der Beklagte seine Worte nachsprechen kann. Und der Beklagte fängt wirklich an, sie nachzusprechen, aber er macht einen kleinen Fehler, sodass der Richter von vorn anfangen muss. Jetzt kann sie keinen Schimmer von Hoffnung mehr haben. Jetzt weiß sie, dass er falsch schwören, dass er Gottes Zorn für das ganze zukünftige Leben auf sich herabschwören will. Sie steht da und ringt die Hände in ihrer Hilflosigkeit. Und es ist alles ihre Schuld, weil sie ihn angeklagt hat. Aber sie war ja ohne Arbeit, sie hungerte und fror. Das Kind lag im Sterben. An wen hätte sie sich sonst wenden sollen, um Hilfe zu finden? Nie hätte sie auch geglaubt, dass er eine so schreckliche Sünde würde begehen können. Jetzt hat der Richter den Eid abermals vorgesagt. Und in einigen Augenblicken wird die Tat vollbracht sein. Jene Tat, vor der es keine Umkehr gibt, die niemals gut gemacht, niemals ausgelöscht werden kann. Gerade als der Beklagte anfängt, den Eid nachzusagen, stürzt sie vor, schleudert seine ausgestreckte Hand beiseite und reißt die Bibel an sich. Ein furchtbares Entsetzen hat ihr endlich den Mut gegeben. Er darf seine Seele nicht verschwören. Er darf nicht. Der Gerichtsdiener eilt sogleich herbei, um ihr die Bibel abzunehmen und sie zur Ordnung zurückzurufen. Sie hat ungeheure Angst vor allem, was mit dem Gericht zusammenhängt, und sie glaubt, dass das, was sie jetzt getan hat, sie auf die Festung bringen wird. Aber sie gibt die Bibel nicht her. Was es auch kosten mag, er darf den Eid nicht ablegen. Er, der schwören will, läuft auch herbei, um das Buch zu ergreifen, aber sie leistet auch ihm Widerstand. Du darfst den Eid nicht ablegen, ruft sie. Du darfst nicht. Was jetzt vorgeht, erweckt natürlich das größte Staunen. Die Versammelten drängen sich zum Richtertisch, die Geschworenen erheben sich, der Protokollführer springt auf mit dem Tintenfass in der Hand, damit es nicht umgestürzt würde. Da ruft der Richter mit lauter zorniger Stimme, still, und alle die Menschen bleiben reglos stehen. Was fällt dir bei? Was hast du mit der Bibel zu schaffen? fragt der Richter die Klägerin mit harter und strenger Stimme. Nachdem sie ihrer Angst in einer Tat der Verzweiflung Luft gemacht hat, ist ihre Beklemmung gewichen, sodass sie antworten kann. Er darf den Eid nicht ablegen. Sei still und gib das Buch zurück, ruft der Richter. Aber sie gehorcht nicht, sondern umklammert das Buch mit beiden Händen. Er darf den Eid nicht ablegen, ruft sie mit ungezügelter Heftigkeit. Ist es dir so sehr darum zu tun, den Prozess zu gewinnen? fragt der Richter mit immer schärferer Stimme. Ich will die Klage zurückziehen, ruft sie mit lauter schneidender Stimme. Ich will ihn nicht zwingen zu schwören. Was schreist du da? fragt der Richter. Hast du den Verstand verloren? Sie ringt heftig nach Atem und versucht sich zu beruhigen. Sie hört sich selbst, wie sie schreit. Der Richter muss wohl glauben, dass sie toll geworden ist, weil sie das, was sie will, nicht in ruhigen Worten sagen kann. Noch einmal kämpft sie mit sich selbst, um Macht über die Stimme zu erlangen und diesmal gelingt es ihr. Sie sagt langsam, ernst, laut, während sie dem Richter gerade ins Gesicht zieht. Ich will die Klage zurückziehen. Er ist der Vater des Kindes, aber ich habe ihn noch lieb. Ich will nicht, dass er falsch schwört. Sie steht aufrecht und entschlossen vor dem Richtertisch und sieht dem Richter gerade in sein strenges Gesicht. Er sitzt da, beide Hände auf den Tisch gestützt und lange, lange wendet er den Blick nicht von ihr. Während der Richter sie betrachtet, geht eine große Veränderung mit ihm vor. All das Schlaffe und Missvergnügte, das in seinen Zügen lag, verschwindet und das große, grobe Gesicht wird durch die Rührung geradezu schön. Sieh da, denkt der Richter, sieh da, so ist mein Volk. Ich will mich nicht darüber beklagen, wo doch bei einer der Geringsten so viel Liebe und Gottesfurcht zu finden ist. Plötzlich aber spürt der Richter, dass seine Augen sich mit Tränen füllen, unterzuckt er beinahe beschämt zusammen und wirft einen raschen Blick um sich. Da sieht er, dass die Schreiber und Gerichtsdiener und die ganze lange Reihe der Beisitzer sich vorgebeugt haben, um das Mädchen anzusehen, das vor dem Richtertisch steht, die Bibel an sich gedrückt. Und er sieht einen Schimmer auf ihren Gesichtern, so als hätten sie etwas richtig Schönes gesehen, das sie bis in das tiefste Herz erfreut hat. Hierauf sieht der Richter auch über das versammelte Volk hin. Und es ist ihm, als säßen alle diese Menschen stumm und atemlos da, als hätten sie gerade jetzt das gehört, wonach sie sich am meisten gesehnt. Zu allerletzt sieht der Richter den Beklagten an. Jetzt ist er es, der mit gesenktem Kopf dasteht und zu Boden blickt. Der Richter wendet sich abermals an das arme Mädchen. Es soll so sein, wie du es haben willst, sagt er. Die Klage wird zurückgezogen, diktiert er dem Protokollführer. Der Beklagte macht eine Bewegung, als wollte er einen Einwand vorbringen. Was denn? Was denn? schreit ihn der Richter an. Hast du vielleicht etwas dagegen? Der Beklagte lässt den Kopf noch tiefer sinken und sagt kaum hörbar, ach nein, es ist wohl am besten so. Der Richter sitzt noch einen Augenblick still, dann schiebt er den schweren Stuhl zurück, erhebt sich und geht rings um den Tisch zur Klägerin hin. Ich danke dir, sagt er und reicht ihr die Hand. Sie hat die Bibel jetzt fortgelegt und steht da und weint und trocknet die Tränen mit dem zusammengerollten Taschentuch. Ich danke dir, sagt der Richter noch einmal und ergreift ihre Hand so leicht und behutsam, als wäre sie etwas gar Feines und Kostbares. Ende von Im Gerichtssaal Träume von Caroline von Gründerode Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Träume Mein Freund war seit mehreren Tagen in einer benachbarten Stadt, da träumte mir, er habe Nachricht bekommen, die ihn nötige, nach Afrika zu reisen. Ich weinte heftig darüber. Den folgenden Tag kam er, um Abschied zu nehmen, weil er nach Italien reisen musste. Ich hatte nie vorher daran gedacht, noch davon wissen können. Ich hatte zwei Schwestern. Die Älteste liebte ich vorzüglich, weil sie mit mir eine große Ähnlichkeit der Gesinnung hatte. Ich war seit mehreren Wochen von ihr entfernt und dachte oft mit Sehnsucht und Liebe an sie, da träumte mir einst, diese beide Schwestern seien gestorben. Ich war sehr traurig darüber. Da erschienen mir ihre Geister in dem Hofe eines alten Hauses, in dem wir einen großen Theil unserer Jugend verlebt hatten. Sie traten beide aus einer dunklen Kammer, vor der ich immer eine gewisse Schauer gehabt hatte. Es war Nacht, eine feuchte Herbstluft wehte und reichliche Regen fiel herab. Meine ältere Schwester nahte mir und sprach. Eine ewige kalte Notwendigkeit regiert die Welt. Kein freundlich liebend Wesen. Ich erwachte. Es träumte mir noch mehrmals, sie sei gestorben, obgleich sie sehr gesund war. Nach zwei Jahren erfüllte sich der Traum. Beide starben kurz nacheinander. Ich hielt mich auf dem Lande bei einer Freundin auf. Diese machte Anstalten zu einer Reise nach Italien. Mir war es ein beständiger Schmerz, dass ich nicht Teil an dieser Reise nehmen sollte. Da meine Freunde mir doch oft Hoffnung dazu gemacht hatten, welches schon mehrmals unangenehme Erörterungen veranlaßt hatte. Nun träumte mir, ich wollte meine Freunde verlassen und sei deswegen beschäftigt, meinen Koffer zu packen. Da trat mein Freund ins Zimmer und sprach sehr unfreundlich über meinen Anspruch an dieser Reise. Ja, er begegnete mir so hart, daß ich in ein lautes Weinen ausbrach. Ich erwachte darüber und weinte wirklich so heftig, daß ich mir vergeblich vorstellte, es sei doch nur ein Traum gewesen. Um mich zu beruhigen, stand ich auf und trat ans Fenster. Der Tag war eben angebrochen, es regnete sehr gelind, die Luft war lau, die Apfelblüthen dufteten lieblich, und in dem nahen Wald schlug der Kuckuck mit einförmlichen, melancholischen Tönen. Dies beruhigte mich, ich ging wieder zu Bette und entschlief. Den folgenden Morgen hatte ich eine sonderbare Empfindung. Es war mir, als habe der Traum etwas, das sonst hart in mir gewesen, in Wehmut zerschmelzt. Wunderbar erfüllte sich der Traum. Ich erlebte sehr bald eine äußerst unangenehme Szene mit meinen Freunden. Und gerade, da ich meine Sachen packte, um sie zu verlassen, nur daß nicht die italienische Reise, sondern eine nach Würzburg der Grund davon war. Ende von Träumen Ein Nachmittag von Georg Heim Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Ein Nachmittag Beitrag zur Geschichte eines kleinen Jungen Die Straße kam ihm vor wie ein langer Strich. Die Leute, die an ihm vorübergingen, schienen ihm wie lauter aufgeblasene weiße Puppen. Was wußten sie auch von seiner Seligkeit? Er hatte sie gefragt, darf ich sie küssen? Der kleine Junge. Und sie hatte ihm ihren Mund hingehalten. Und er hatte sie geküsst. Und dieser Kuss brannte ihm tief in das Herz hinein, wie eine große, reine Flamme, die ihn erlöste, die ihn glücklich machte, die ihn selig machte. Götter, er hätte tanzen mögen vor Seligkeit. Und der Himmel lief über ihn dahin wie eine große, blaue Straße. Das Licht reiste nach Westen wie ein feuriger Wagen. Und alle die glühenden Häuser schienen sein glühendes Feuer wieder zu strahlen. Er hatte das Gefühl eines starken, brausenden Lebens, als hätte er noch nie so gelebt, als schwemme er wie ein Vogel hoch in der Luft, versunken in ewigem Äther, grenzenlos frei, grenzenlos glücklich, grenzenlos einsam. Und das unsichtbare Diadem der Glückseligkeit lag auf seiner eckigen Kinderstirn und verschönte sie wie eine nächtliche Landschaft unter dem weiten Aufbrechen eines Blitzes. Götter, ich werde geliebt, ich werde geliebt, wie man mich nur lieben kann. Er ging schneller, er kam ins Laufen, als wäre die gewöhnliche, gemessene Bewegung zu langsam für den Sturm, der in seinem Herzen brauste. Und so rannte er die Straße herab zum Strande und setzte sich an das Meer. O Meer, Meer! Und er erzählte dem Meer sein Erlebnis, in einem kurzen Jauchzen, in einem zitternden Flüstern, in dem Taumel einer stummen Sprache. Und das Meer verstand ihn und hörte ihm zu, das Meer, auf dessen blauer, dröhnender Weite seit so vielen Jahrtausenden der Orkan der Freude und das Lallen der Qualen widerhallte, wie ein ewiger Wirbelsturm über einer ewig unberührten Tiefe. Er behütete ängstlich seine Einsamkeit. Wenn Menschen kamen, sprang er auf, lief er davon und kroch in die Dünen. Waren sie vorbei, so lief er wieder hervor ans Meer, dessen gewaltige Weite der einzige Becher war, in den er die Flut seines unendlichen Übermaßes fortgeben konnte. Allmählich wurde der Strand beliebter. Allenthalben blinkten weiße Kleider zwischen den Strandkörben vor, alte Damen kamen mit Büchern unter dem Arm. Helle Sonnenschirme wippten auf den schmalen Holzgängen, und die Kinder füllten wieder scharenweise die Sandburgen. Ruderboote fuhren aus, an den großen Segelkähnen wurden die Segel gehißt. Ein Fotograf wartete durch den Sand mit dem Kasten am Riemen über der Schulter. Er sah nach der Uhr. Noch eine halbe Stunde, noch neunundzwanzig Minuten, dann wird er sie treffen. Er wird sie an der Hand nehmen, sie werden zusammen in den Wald gehen, da, wo es ganz still ist. Und sie werden sich zusammen hinsetzen, Hand in Hand, verborgen im grünen Dickicht. Und dann wird sie ihm wieder ihren Mund hinhalten, er ihren Kopf. Leise in seinen Arm nehmen, so, so, er probierte es an einer Ginsterstaude, und dann wird er sie küssen, ganz leise, ganz zart. Und so werden sie beieinander sitzen im Walde, beieinander, bis es dunkel wird. Oh, wie schön, wie schön, wie unermeßlich selig. Sie werden sich nie mehr verlassen. Er wird immer arbeiten, dann wird er schnell studieren, und eines Tages wird er sie heiraten. Und das Leben erschien dem Kinde wie eine klare, gerade Straße, die in einen Himmel von ewiger Bläue zieht, kurz, einfach, ohne Ereignisse, wie ein ewiger Garten. Er stand auf und ging über den Strand durch die spielenden Kinder, die Leute und die Strandkörbe hin. Ein Dampfer legte an, ein Strom von Menschen schwoll auf die Landungsbrücke zu. Es wurde geläutet. Er bemerkte nichts von alledem. Alles, was sonst seine Aufmerksamkeit gefesselt hatte, war verschwunden. Sein Auge war nach innen gerichtet, als müßte er alle seine Zeit darauf verwenden, den neuen Menschen zu studieren, der da mit einem Male aus seinem verschlossenen Kern gekrochen war. Er kam an die Bank, wo er seine kleine Freundin treffen wollte. Sie war noch nicht da. Aber es war ja auch noch zu früh. Es fehlten ja noch zehn Minuten. Sie mußte wahrscheinlich erst noch Kaffee trinken, sicher hatte sie ihre Mutter noch nicht fortgelassen. Er setzte sich einige Minuten auf die Bank, stand dann wieder auf, lief einige Male in dem kleinen Baumrondell hin und her. Jetzt fehlten noch zwei Minuten. Jetzt mußte sie doch eigentlich schon zu sehen sein. Er schaute den Weg herunter nach ihr aus, aber der Weg blieb leer. Seine Bäume verbargen niemand. Sie standen sanft vergoldet von der Nachmittagssonne ruhig in der Windstille, und durch ihr Laub zitterte das Licht auf den Weg wie auf den Grund eines goldenen Baches. Der Laubgang war wie eine große, grüne, stille Halle, und hinten in seinem Tore zitterte ein kleiner, blauer Streifen, fern, wo Meer und Himmel ineinander verflossen. Er zitterte. Er fühlte, wie sich etwas in ihm zusammenzog. Warum kommt sie nicht? Warum kommt sie nicht? Ach, ist das nicht ihr Hut? Ist das nicht das weiße Band? Das ist sie, das ist sie. Und das Tor seiner Seele sprang auf, er fühlte sich wie von einem Sturme geschüttelt, er lief ihr entgegen. Als er näher kam, sah er, dass er sich getäuscht hatte. Das war sie ja gar nicht, das war jemand anderes. Und in demselben Augenblick war ihm, als würde etwas in ihm erstickt, als sollte er erwürgt werden. Er hatte plötzlich dasselbe Gefühl, das er einmal gehabt hatte, als er aus einem Hause geführt wurde, in dem er an einem Totenbette gestanden hatte, eine Art Ekel oder Widerwillen vor sich selbst. Dieses eigentümliche, besondere Gefühl bemächtigte sich seiner immer dann, wenn ihm etwas Unangenehmes entgegentrat, dem er nicht ausweichen konnte, eine mathematische Arbeit, eine Zensur. Aber so stark wie eben hatte er es noch nicht gefühlt. Er konnte es beinahe auf der Zunge schmecken, bitter, wie etwas Graues. Sein Blut schien zu stocken, ihn überkam eine Trägheit, die ihm unheimlich war. Seine Stirn war klein und grau, als hätte jemand sie mit einem Schatten seiner Hand bedeckt. Er ging langsam nach dem Rondell zurück. Aber sie wird noch kommen, gewiß. Sie konnte sich ja verspäten, wenn sie nur noch käme. Seinethalben konnte sie ja eine Viertelstunde zu spät kommen, wenn sie nur überhaupt käme. Er sah wieder nach der Uhr. Die Zeit war vorbei, und der Sekundenzeiger lief immer weiter hinaus wie eine kleine dünne Spinne in einem silbernen Käfig. Ihr kleiner Fuß trat auf die Sekunden, die in kleinen Strichen hinter ihr hinfielen, wie eine Art winzigen Staubes auf einer winzigen Landstraße. Nun waren schon vier Minuten vorbei, nun schon fünf, und der Minutenzeiger stieg immer weiter auf den Stufen seiner kleinen Treppe herauf. Er wollte ihr entgegengehen. Aber wenn sie nun von der anderen Seite käme, »Was dann?« Und er schwankte. Sollte er bleiben? Sollte er gehen? Aber seine Unrast trieb ihn fort. Er lief wieder einige Schritte den Weg herunter, dann blieb er wieder stehen, er kehrte wieder um. Er setzte sich auf die Bank, sah vor sich hin, und mit jeder Minute verlor sich seine Zuversicht mehr. Bis um fünf Uhr wollte er noch warten, vielleicht käme sie noch. Aus der Ferne hätte man ihn für einen alten Mann halten können, wie er da saß, gekrümmt, in sich verkrochen wie jemand, über den viele Jahre Kummers dahingegangen sind. Er stand noch einmal auf und ging langsam noch ein paar Schritte über den Schauplatz seiner kindlichen Tragödie. Von fern hörte er eine Uhr schlagen, aber das war noch zu früh. Er verglich sie mit seiner Taschenuhr, sicher, die dort schlug zu früh, es fehlten noch drei Minuten an fünf. Und in diesen drei Minuten bäumte sich noch einmal die Hoffnung in seinem Herzen auf, die Sehnsucht, wie eine sterbende Flamme aus einem verlöschenden Brande, wie das Fanal des Lebens aus dem letzten Herzschlag eines Sterbenden. Jetzt, jetzt war es so weit. Jetzt schlugen alle Türme aus der Stadt hinter dem Walde. Er sah eine Glocke schwingen in der klaren Luft, oben im Schallloch eines Kirchturms. Und bei jedem dieser dröhnenden Schläge war es ihm, als würde ihm langsam, ruckweise, um seine Qual zu verlängern, das Herz aus der Brust gerissen. So, so, jetzt wird es bald draußen sein, dachte er. Die Türme schwiegen, es wurde wieder still. Und in seiner Brust wurde es ganz leer. Es war ihm, als wäre darin ein großes, hohles Loch, als trüge er etwas Totes in sich herum. Es kam ihm so vor, als hätte ihm jemand etwas Dumpfes in sein Blut gegossen. Davon wurde sein Kopf so schwer, davon wurde er so müde. Über einem sonnigen Teich, der durch die Bäume der Anlagen herüberschimmerte, zeigten sich einige Rauchwolken aus dem Schornstein des Badehauses. Sie verflogen im Wind. Er sah ihnen teilnahmslos nach, wie sie im Lichte zergingen. Ein paar Stimmen wurden hinter den Büschen laut. Ein paar Kindermädchen kamen, die die Kinderwagen vor sich her schoben. Sie setzten sich ihm gegenüber auf die Bank im Rondell. Sie hoben die Kinder aus den Wagen, die sogleich über einen Sandhaufen purzelten. Da stand er auf und ging fort, langsam, gedankenlos. Er kam wieder an den Strand herunter. Er ging wieder durch die Strandkörbe. Da saßen noch die alten Damen mit ihren Büchern. Da stand der Fotograf vor einer Gruppe von Menschen. Er mußte wohl einen Witz gemacht haben, denn alle hatten lachende Gesichter. Er wurde von seiner Leidenschaft nach dem Strandkorbe hinübergetrieben, indem er am Mittag den Kuss bekommen hatte, wie ein kleines Schiff, daß der Sturm erbarmungslos auf einen Felsen jagt. Vielleicht saß sie darin. Das war seine letzte Hoffnung. Er schlich sich vorsichtig zwischen den Strandkörben durch, immer näher, und die rote Fahne schien ihn von dem Dache heranzuwinken. Nun war er ganz nahe. Eine ungewisse Angst hieß ihn stehen bleiben. Da hörte er ihre Stimme. Sie lachte. Und nun wieder eine andere Stimme. Das war eine Knabenstimme. Er schlich vorsichtig weiter in einem Bogen herum. Er warf sich in den Sand und kroch auf allen Vieren vorwärts. Als er so weit war, daß er sie sehen konnte, legte er sich hinter einen Sandhügel und hob den Kopf etwas über den Rand herauf. Da saß sie auf dem Schoß eines Jungen. Der Junge bog ihren Kopf herunter, gab ihr einen Kuss, dann ließ er ihn los. Seine Hand griff nach ihrem Bein und fuhr langsam daran hinauf, und sie lehnte sich an die Schulter des Jungen weit zurück. Der kleine Junge zog seinen Kopf wieder zurück und kroch davon, mechanisch ein Bein hinter dem anderen, eine Hand hinter der anderen. Er empfand eigentlich nichts, keinen Schmerz, keine Qual. Er hatte nur den einzigen Wunsch, sich zu verstecken, irgendwo hinkriechen und dann ganz still liegen, irgendwo sich einen kleinen Fleck suchen im Strandhafer. Als er weit genug war, erhob er sich aus dem Sand, ging er fort. Auf seinem Wege traf er einen Schulkameraden, er verkroch sich hinter einem Zelt vor ihm. Von rechts kam seine Mutter und rief ihn herüber. Er tat, als hätte er nichts gehört. Er begann zu laufen, über die Strandkörbe und über die Menschen hinaus. Und bei seinem Laufen kam ihm plötzlich der Gedanke, daß er heute schon einmal so gelaufen war, mittags, als er so glücklich gewesen war. Da übermannte ihn die Qual. Er rettete sich schnell die Dünen herauf. Oben warf er sich hin, das Gesicht in den Halmen. Der Strandhafer nickte über seinem Kopf wie ein Wald, ein paar Libellen kamen summend durch die Halme. Und das war das erste Mal im Leben des Knaben, daß er an einem Tage den Becher der Seligkeit und den der Qual trank. Er, der verurteilt war, noch oft von den Extremen der tiefsten Qualen und des wildesten Glückes erschüttert zu werden, wie ein kostbares Gefäß, das durch viele glühende Flammen gewandert sein muß, ohne zu zerspringen. Ende von Ein Nachmittag Das Gespenst von Manfred Küber Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Gespenst Es spukte in der Küche, ich ziehe zum Ersten, sagte meine Köchin, als sie morgens das Frühstück brachte. Und ihre Gesichtsfarbe war eine Mischung von Kalk und Käse. Das ist Blödsinn, sagte ich ruhig und beherrscht. Aber es lief mir kalt über den Rücken, denn niemand kann solche Eierkuchen backen wie meine Köchin und die Aussicht, ohne solche Eierkuchen zu leben, war entsetzlich. Es ist kein Blödsinn, sagte die gequälte Frau. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Es hat geheult und gestöhnt und geschlappt wie mit einem Tuche. Es war ein Leichentuch, das geschlappt hat. Wann war das? Um Mitternacht. Ich überlegte. Lassen Sie mir einige Nächte Zeit, sagte ich schließlich. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht wieder vorkommt. Die Lage war klar. Ich hatte zu wählen zwischen einem Gespenst und den Eierkuchen. Ich setzte mich an den Schreibtisch und schrieb folgenden Brief. Sehr geehrter Herr Gespenst, meine Köchin beschwert sich, dass Sie in der Küche spuken. Sie sollen heulen, stöhnen und mit einem Leichentuch schlappen. Ich ersuche Sie, das zu unterlassen. Meine Köchin kündigt mir sonst und sie ist die einzige in der Stadt, die gute Eierkuchen backen kann. Wenn Sie spuken wollen, so beschränken Sie sich auf mein Arbeitszimmer oder wählen Sie die Stunden, wenn meine Köchin ausgeht. Ich gestatte mir hinzuzufügen, dass Sie sich stark in exorzistischen Unannehmlichkeiten aussetzen werden, wenn Sie sich meiner häuslichen Ordnung nicht fügen. Hochachtungsvoll und meine Unterschrift. Am anderen Morgen nahm ich das Papier wieder zur Hand. Es war ein Totenkopf darauf gezeichnet, mit einigen Knochen, die sardellenartig übereinander lagen. Darunter stand, Ich bin kein Mann, sondern eine Frau. Ich kann spuken, wo ich will. Von meiner Spukstunde kann ich nicht abweichen, grundsätzlich nicht. Mit gespensterlichem Gruß, Leonore Sanftleben, Gespenst. Die Portierfrau, die nachts zur Beruhigung bei der Küchin gewacht hatte, erklärte, dass sie es auch heulen, stöhnen und schlappen gehört habe, dass es in der Küche glühwürmchenartig geleuchtet habe und dass sie, die Portierfrau, selber gesehen habe, wie jemand mit dem Kopf unter dem Arm an ihr vorbeigestrichen sei, wobei ein kalter, grabähnlicher Hauch sie, die Portierfrau, berührt habe. Die Köchin kündigte. Mir wurde eiskalt wegen der Eierkuchen. Frau Leonore Sanftleben musste fort. Ich wusste ja nun immerhin einigermaßen, mit wem ich es zu tun hatte. Es war ein weibliches Gespenst, darum die Hinneigung zu den Küchenräumen. Es war ferner eine Dame mit Grundsätzen, aber welche Dame hat keine Grundsätze. Und schließlich sind Grundsätze doch dazu da, um überwunden zu werden, und besonders solche von Damen. Schön musste Frau Sanftleben nicht sein, sonst würde sie nicht den Kopf unter dem Arm tragen. Na, wir werden ja sehen, dachte ich, setzte mich an den Schreibtisch und schrieb folgenden Brief. Frau Leonore Sanftleben, Gespenst, hier. Sehr geehrte, gnädige Frau, ich bestätige Ihnen dankend Ihrer werten Zeilen von der gestrigen Nacht und bitte sich höflichst, sich heute um Mitternacht zwecks einer Unterredung mit mir in meinem Club-Sessel freundlichst materialisieren zu wollen. Mit gespensterlicher Empfehlung, hochachtungsvoll ergebenst und die Unterschrift. Um Mitternacht saß ich an meinem Schreibtisch und wartete. Der Club-Sessel stand seitwärts am Fenster, so dass er vom Mondlicht voll beschienen wurde, um Frau Sanftleben die Materialisation zu erleichtern. Ich hatte beschlossen, die Angelegenheit höflich, aber sehr sachlich zu erörtern und hatte mir kurz die nötigen Notizen gemacht. Heulen, Stöhnen, Schlappen, Leichentuch, Glühwürmchenartiges Licht, Grabeshauch, Kopf unter dem Arm. Die Uhr schlug zwölf. Das Zimmer verdunkelte sich und unter der Sofaecke kamen stöhnende Laute hervor. Hu, 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 hu. In asthmatischen Abständen. Sind Sie das, gnädige Frau? fragte ich. Hu, hu. Sind Sie unter dem Sofa, gnädige Frau? Hu, hu. Ich dachte an die Eierkuchen. Gnädige Frau, ich bin kein Teppich, sagte ich energisch. Ich kann nicht zu Ihnen unter das Sofa kriechen. Ich habe Sie gebeten, sich auf meinem Club-Sessel zu materialisieren. Bitte nehmen Sie Platz. Auf dem Club-Sessel erschien ein zitternder Schleier, formlos und unsympathisch. Gnädige Frau, entwickeln Sie sich jetzt bitte. Ich kann mich nicht mit einem Schleier, einem Gegenstand der Konfektion unterhalten. Ich habe Frau Sanftleben nicht einen Lappen hierher gebeten. Jetzt wuchs der Schleier und wurde gräulich groß. Wenn daraus Frau Sanftleben werden sollte, so musste sie viel Raum für ihre gespensterliche Existenz benötigen. Endlich saß sie vor mir, im Reifrock. Eine ältere Dame, durchsichtig und korpulent. Ihr Busen wogte und sie phosphoreszierte heftig. Phosphoreszieren Sie bitte nicht so unangenehm, sagte ich. Ich habe Sie hierher gebeten, um mich über Ihre Spukangelegenheiten zu unterhalten, nicht um Ihre transparenten Eigenschaften zu bewundern oder Ihre selbsttätige Leuchtfähigkeit festzustellen. Mein Herr, sagte Frau Sanftleben und in ihrem Kopf glühten zwei Augen auf, dass glühende Kohlen ein alberner Scherz dagegen waren. Brennen Sie keine Löcher in meinen Klubsessel, sagte ich, und nun will ich, um auf den Zweck unserer Unterredung zu kommen, einige Fragen an Sie richten. Warum spucken Sie hier, gnädige Frau? Ich bin in diesem Hause gestorben, sagte Frau Sanftleben und seufzte. Meine aufrichtige Teilnahme, sagte ich, aber Ihrem Kostüm nachzuurteilen ist das ziemlich lange her und Sie sollten sich darüber nicht mehr echauffieren. Außerdem, wenn ich sterben würde, so würde ich das doch eher als eine Andeutung auffassen, das Haus zu verlassen. Nein, man spuckt im selben Haus grundsätzlich, sagte Frau Sanftleben und klapperte demonstrativ mit ein paar toten Knochen in ihrer Hand. Was heißt, man spukt? Das ist doch mehr als veraltet. Ich dachte, Sie wären selbstständiger. Ich bleibe hier und ich spuke hier, sagte Frau Sanftleben. Ich verlor die Geduld nicht. Gut, gnädige Frau, sagte ich, bleiben Sie hier und spuken Sie hier, aber nehmen Sie Rücksicht auf meine Köchin und meine Eierkuchen. Wählen Sie eine andere Stunde. Zwölf Uhr nachts ist allgemein üblich, es ist Gespenster, auch empfangen Sie dann ja keine Besuche. Das möchte ich nicht unbedingt sagen, meinte ich, aber wenn ich um diese Stunde Besuche empfange, so sind das Zeitgenossinnen anderen Datums und keine Damen von mehr als hundert Jahren, die phosphoreszieren und transparent sind. Im Übrigen handelt es sich weniger um mich als um meine Köchin und meine Köchin fürchtet sich, weil sie stöhnen und klühen und sich groteske Scherze mit ihrem Kopf verlauben. Ich sah auf meinen Notizen, ferner hauchen sie einen kalten Grabesduft aus und schlappen mit einem Leichentuch. Frau Sanftleben fuhr auf, »Na, sie ist kein Leichentuch, sondern ein Staubtuch. Ich wische Staub, mein Herr. Ich habe mein ganzes Leben lang Staub gewischt. Alles wird Staub. Auch Sie werden Staub werden.« »Das weiß ich. Aber solange ich noch nicht Staub bin, will ich Eierkuchen essen. Und wenn Sie meine Köchin vorthollen und fortglühen, so bekomme ich keine Eierkuchen mehr.« »Frau Leonore Sanftleben, unsere Unterredung ist beendet. Ich frage Sie, ob Sie gehen wollen oder nicht. Ich lasse Ihnen fünf Minuten Bedenkzeit.« Frau Sanftleben phosphoreszierte in scheulicher Weise. Dann nahm sie ihren Kopf von den Schultern und setzte ihn auf den Schoß. »Jetzt riß mir die Geduld. Frau Sanftleben, machen Sie keine Kunststücke, hier ist kein Varieté!« schrie ich sie an. »Staub! Staub! Staub!« leitete der Kopf auf ihrem Schoß. »Staub!« Eine herrliche Idee kam er bei diesen Worten. »Staub war sie, Staub wollte sie und Staub sollte sie haben.« Ich ergriff den Vakuumsauger, schaltete ihn ein und presste das Mundstück des Schlauches auf den phosphoristierten Busen von Frau Sanftleben. Der Schlauch schluckte und schluckte und Frau Sanftleben verschwand mitsamt dem separaten Kopf, dem Glühen, Stöhnen und aller Transparenz und Phosphoreszenz im Vakuumapparat. Er spuckt nicht mehr und ich esse Eierkuchen. Der Vakuumapparat aber arbeitet so wie nie zuvor. Frau Sanftleben hat ihren Beruf darin gefunden. Ende von »Das Gespenst« Bendheim von Ludolf Wienbach Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Bendheim Ich rufe mir gern den Abend ins Gedächtnis zurück, als ich nach einer lästigen und langweiligen Reise über die Westfälische Heide hinter Osnabrück mich im Städtchen Bendheim an der Grenze von Deutschland und Holland eine halbe Nacht ausruhte. Es war ein lieblicher, elfenartiger Mondschein im Frühjahr 1831. Der Postilion fuhr mich halb im Schlafe die dunkle Schlucht nach Bendheim hinunter. Zu gleicher Zeit bließe einige schlaftrunkene Stoßseufzer auf seinem Horn. Es klang mir wie »Schlaf wohl, mein liebes Deutschland! Liebes Deutschland, schlaf wohl!« Die Bendheimer hatten schon ihre Lichter ausgetan und sich aufs Ohr gelegt, aber im Posthause gab es noch muntere Leute. Soeben war ein russischer Feldjäger nach dem Haag durchgegangen und der Postmeister dampfte noch von den neuesten Nachrichten, die er vermutlich aus dem Felleisen herausgeruchen. Er nötigte mich sehr artig in sein Haus. Im Hintergrunde der hohen westfälischen Scheundiele brannte lustiges Feuer. Ringsherum saßen am Spinnrade der Frau Postmeisterin Mägde mit feldbraunen Gesichtern und westfälischen Schinkenhüften. Dicht an der Flamme kauerte ein altes Weib, die einen Fadenspann, der immer zerriss, und eine Gespenstergeschichte erzählte, die ihr böser Husten alle Augenblicke unterbrach. Müde und sehr stoßen, wie ich war, ließ ich mir ein Zimmer geben, um einige Stunden zu schlafen. Allein ich konnte kein Auge zutun. Ich stand daher wieder auf und machte einen Spaziergang im Freien, der mich aus Bentheimer Schloss führte. Die Natur hat bei Bentheim einen Fels hingeworfen. Die alten Grafen von Bentheim haben sich darauf Feudalita eingerichtet und ihre Untertanen, die treuen Bentheimer, haben sich unten im Tal angesiedelt und machen seit Uralters Pergament. Gute Deutsche, die Bentheimer, obgleich sie an der Grenze wohnen. Sie machen Pergament, Schuhleder für die Pfauenfüße des Deutschen Hochmutteufels. Das alte Schloss von Bentheim ist massiv und fest gebaut. Ich erinnere mich aus der Zeit, als ich Heinrichs deutsche Reichsgeschichte las, dass die von Bentheim sich oft hinter diesen Mauern und Türmen verteidigt. Sonst kenne ich die Geschichte derer von Bentheim nicht ganz genau. Ich glaube, sie sind aus Grafen zu Fürsten promoviert. Aber das Wappen über ihrem Schlosse vergesse ich in meinem Leben nicht. Es war ein hochgewölbter blaustählerner Schild, im Mittelfelde ein silberner Halbmond rings zerstreut funkelnde Sterne. Alles in natürlicher Größe und fast übernatürlichem Glanze. Eine schöne Nacht. Der Mond spiegelte sich in den Bogenfenstern des Schlosses und vor dem Thor stand ein Bentheimer Schildwache. Ein Bentheimer schon keine geringe Merkwürdigkeit, wenn man bedenkt, dass die Flora Soldadesca Benzemiana eine der seltensten Gewächse in Europa ist und kaum ein Dutzend Exemplare davon auf diesem Felsen krüppeln. Aber der oben schildernde Bentheimer hatte in meinen Augen noch einen besonderen und fast rührenden Reiz. Es war ein alter Mann. Er sah so alt, so grau, so märchenhaft aus im Mondschein, dass sich ihn anfangt für das Gespenst der deutschen Reichsarmee hielt, die der alte Fritz im siebenjährigen Kriege in die Pfanne hieb. Dann dachte ich wieder, er lebt noch und erwartet nur, als ein treuer Soldat den Tod auf seinem Posten. Er kreuzte seine Arme über seinem Schießgewehr, dessen rotverrosteter Lauf keinen Strahl des Mondes mehr auffing, ebenso wenig wie seine Augen, die unter langen grauen Wimpern klein und blind in den Nachthimmel hinaus starrten. Sie suchten dort oben etwas oder er sah etwas, vielleicht sah er den Himmel offen, den lieben Gott, mit Caroli Magni Bad und Zepter sitzend auf kaiserlichem Thron, an seiner Seite die Paladine des Reiches, die Erzengel, den Erzmund schenken, die apostolischen Nundien St. Peter, St. Paul und so weiter. Auf der Himmelswiese die Reichsarmee der Seligen, die Seligen Reichsbürger und den ganzen Seligen Pöbel, hier und da einhauende Cherubime, welche im Himmel als Polizeibeamte angestellt sind. Denn Lavater, in seinen Aussichten in die Ewigkeit, mag sich die Sache vorstellen, wie er will. Ich behaupte, dass die Polizei im Himmel ebenso nötig wie auf Erden und vielleicht noch nötiger ist. Der Bauer, ich will nur von Bauern sprechen, ist weder gewöhnt an den himmlischen Müsiggang seines Pfaffen, noch an den Weltlichen seines gnädigen Herrn, und man weiß, wie er's treibt, wenn er hier unter dem Mond an Sonn- und Feiertagen nur ein bißchen selig ist. Dort oben aber, wo er einen ewigen Sonntag feiert, wo er nicht mehr pflügt und trischt, nicht mehr schwitzt und keucht, nicht mehr geplackt und geschunden wird, dort oben, meine ich, wird er vor Seligkeit sich kaum zu lassen wissen. Gnade Gott, wenn sein gnädiger Junker ihm in den Wurf kommt, er macht ihn selbst im Himmel tot, daher auch jener mecklenburgischer Edelmann vom lieben Gott sich einen gesperrten Sitz im Himmel ausbahrt. Ende von Bentheim Kapitel 1 von der Spieler Roman aus dem Badeleben von Fedor Dostoyevsky Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Spieler Roman aus dem Badeleben Von Fedor Dostoyevsky nach dem russischen Original bearbeitet von August Scholz Kapitel 1 Nach 14-tägiger Abwesenheit bin ich endlich zurückgekehrt. Unsere Herrschaften befinden sich schon seit drei Tagen in Roulettenburg. Ich dachte, dass sie mich, Gott weiß, wie sehnsüchtig erwarten würden, doch war ich im Irrtum. Der General blickte äußerst selbstbewusst rein, sprach mit mir sehr von oben herab und schickte mich bald zu seiner Schwester. Es unterlag keinem Zweifel, dass sie irgendwoher Geld bekommen hatten. Es schien mir sogar, als ob der General sich ein klein wenig vor mir schämte. Ich begab mich in das Zimmer seiner Schwester. Maja Filipovna war sehr beschäftigt und hörte meinen Bericht nur ganz flüchtig an. Das Geld jedoch nahm sie und zählte es sogleich vor meinen Augen nach. Zum Diner wurde Marquis de Crié und außerdem irgendein Engländer erwartet. Es musste wie gewöhnlich hoch hergehen, ganz nach Moskauer Art, denn es war ja Geld da. Polina Alexandrovna fragte, als sie mich sah, weshalb ich so lange geblieben wäre, ging jedoch fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Natürlich hat sie das absichtlich getan, wir müssen uns jedoch einmal aussprechen. Es hat sich während meiner Abwesenheit recht viel angesammelt. Man wies mir ein kleines Zimmerchen im vierten Stockwerk des Hotels an. Es heißt hier, dass ich zur Suite des Generals gehöre. Es scheint nach allem, dass es ihnen gelungen ist, von sich reden zu machen. Den General hält man hier allgemein für einen sehr reichen russischen Magnaten. Noch vor dem Mittagessen hatte er mir den Auftrag gegeben, 2000 Francs Billets zu wechseln. Ich wechselte sie im Controir des Hotels. Jetzt wird man uns sicher als Millionäre betrachten, wenigstens eine Woche lang. Ich wollte Mischa und Nadia mit mir nehmen und mit ihnen spazieren gehen. Auf der Treppe jedoch rief man mich zum General. Er hatte es für gut befunden, sich zu erkundigen, wohin ich mit ihnen ginge. Dieser Mensch kann mir in der Tat nicht offen in die Augen sehen. Er möchte es wohl sehr gern, doch begegne ich ihm jedes Mal mit einem so durchdringenden, respektwidrigen Blicke, dass er fast in Verwirrung gerät. In schwülstigen, gespreizten Worten, die zuletzt ziemlich konfus wurden, gab er mir zu verstehen, dass ich mit den Kindern nicht in der Nähe des Kurhauses bleiben, sondern weiter in den Park hineingehen sollte. Er redete sich schließlich in einen heftigen Ärger hinein und bemerkte in schroffen Tone, »Sie sind womöglich imstande, die Kinder in den Spielsaal an die Roulette zu führen. Entschuldigen Sie nur«, fügte er hinzu, »aber ich weiß, dass Sie ziemlich leichtsinnig und unüberlegt sind, um sich aufs Spielen einzulassen. Nun, ich bin zwar nicht Ihr Mentor und habe durchaus keine Lust, die Rolle eines solchen auf mich zu nehmen, doch darf ich jedenfalls verlangen, dass Sie mich sozusagen nicht kompromittieren.« »Aber ich habe ja gar kein Geld«, antwortete ich ruhig. »Um Geld zu verspielen, muss man doch erst welches besitzen.« »Sie werden sofort Ihr Geld bekommen«, versetzte der General mit leichtem Erröten. Er stöberte in seinen Schreibtische umher und sah in seinem Notizbuche nach. Es erwies sich, dass ich gegen 420 Rubelsilber bei ihm gut hatte. »Ja, wie wollen wir das machen?«, wandte er sich an mich. »Wir müssen das Geld in Thaler umrechnen. Nun, dann nehmen Sie vorläufig in runder Summe 100 Thaler. Der Rest wird Ihnen nicht verloren gehen.« Schweigend steckte ich das Geld ein. »Nehmen Sie nur, bitte, meine Worte nicht übel, sie sind so empfindlich. Wenn ich Ihnen vorhin etwas sagte, so geschah es nur, um Sie gewissermaßen zu warnen, und dazu habe ich doch wohl einiges Recht.« Als ich vor dem Diner mit den Kindern nach Hause zurückkehrte, begegnete ich einer ganzen Kavalkade. Unsere Herrschaften hatten mit einigen Bekannten einen Ausflug gemacht, um irgendwo in der Nähe eine Ruine in Augenschein zu nehmen. Zwei prächtige Kaleschen, und was für Pferde. Mademoiselle Blanche saß mit Maya Philippowna und Paulina in dem einen Wagen, der Franzose, der Engländer und unser General trabten hoch zu Ross neben ihnen her. Die Spaziergänger blieben stehen und schauten ihnen nach. Sie machten entschieden Effekt, wenn das nur dem General nicht schlecht bekommt. Ich berechnete, dass sie mit den 4.000 Fr. welche ich gebracht hatte, und der Summe, die sie offenbar hier aufgenommen hatten, zusammen etwa 7.000 bis 8.000 Fr. haben konnten. Das ist doch recht wenig für Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche logiert gleichfalls zusammen mit ihrer Mutter in unserem Hotel. Auch der Franzose scheint hier irgendwo zu wohnen. Die Kellner nennen ihn Herr Graf und die Mutter der Mademoiselle Blanche Frau Gräfin. Vielleicht sind sie wirklich Graf und Gräfin. Ich wusste, dass der General mich schwerlich mit dem Grafen bekannt machen würde, denn der Herr Graf hat in Russland gelebt und weiß, was für ein nichtssagendes Geschöpf ein Uchitel ist. Und dennoch kenne ich den Herrn Grafen, und auch er kennt mich ganz gut, obwohl er jedenfalls sich so stellen wird, als ob es nicht der Fall wäre. Nun, wie es ihm beliebt. Zum Mittagessen erschien ich unaufgefordert. Der General hatte mich jedenfalls vergessen, sonst hätte er mich sicherlich an die Table dort geschickt. Er schien ziemlich unzufrieden, als er mich erblickte, aber die gute Maja Filipovna wies mir ohne weiteres einen Platz an. Ich sah mich um und war sogleich aus aller Verlegenheit. In dem eingeladenen Engländer erkannte ich sofort Mr. Astley, einen alten Bekannten. So war ich doch nicht ganz verloren in der Gesellschaft. Diesen merkwürdigen Engländer hatte ich das erste Mal auf einer preußischen Eisenbahn im Coupé gesehen, als ich unseren Herrschaften nachreiste. Dann traf ich an der französischen Grenze mit ihm zusammen, zuletzt war ich ihm in der Schweiz begegnet und nun sollte ich ihn plötzlich hier in Roulettenburg wiedersehen. Niemals im Leben habe ich einen verschämteren Menschen kennengelernt. Er ist verschämt bis zur Albernheit und ist sich dessen natürlich auch bewusst, denn er ist keineswegs dumm. Dabei ist er sehr sanft und liebenswürdig. Ich hatte sogleich beim ersten Zusammentreffen in Preußen ein Gespräch mit ihm angeknüpft. Er erzählte mir, dass er im Sommer am Nordkap gewesen sei und dass er ganz zu gern zur großen Messe nach Nischninovgeroth reisen möchte. Ich weiß nicht, wie er mit dem General bekannt geworden sein mag. Es scheint, dass er in Polina sterblich verliebt ist. Er ist feuerrot geworden, als sie eintrat. Er war sehr erfreut, dass ich mich bei Tische neben ihn setzte und scheint mich bereits als seinen Busenfreund zu betrachten. Die Gesellschaft hatte Platz genommen. Der Franzose nahm den Mund sehr voll und betrug sich überhaupt gegen alle sehr aufgeblasen und geringschätzig. Und doch weiß ich genau, dass er in den Moskauer Salons den Hans Wurst spielte und die Leute mit Seifenblasen belustigte. Er sprach sehr viel von Finanzen und von russischer Politik. Der General wagte ihm bisweilen zu widersprechen, doch tat er es in bescheidener Weise mehr zum Scheine, um sich seine Würde nicht ganz zu vergeben. Ich befand mich in einer merkwürdigen Gemütsverfassung. Wohl zum hundertsten Male stellte ich mir die Frage, weshalb ich mich eigentlich mit diesem General herumschleppe und nicht schon längst davon gelaufen bin. Bisweilen warf ich einen Blick nach Polina Alexandrovna. Sie schien mich durchaus nicht zu bemerken. Das Ende vom Liede war, dass ich wütend wurde und den Grobian zu spielen beschloss. Ich begann damit, dass ich mich ganz plötzlich laut und unaufgefordert in die Unterhaltung mischte. Namentlich hatte ich es auf den Franzosen abgesehen. Ich unterbrach ihn ohne weiteres und bemerkte, indem ich mich an den General wandte, dass es in diesem Sommer für einen Russen ganz unmöglich gewesen sei, sich irgendwo im Hotel an die Table dort zu setzen. Der General betrachtete mich ganz verwundert. Wenn man auch nur einige Selbstachtung besitzt, fuhr ich fort, dann kann man ganz bestimmt gewärtigen, von dem ersten Besten mit Beleidigungen und moralischen Nasenstübern traktiert zu werden. In Paris am Rhein, in der Schweiz, überall wimmelt es von Polen und das übrige Publikum, namentlich die Herren Franzosen, nehmen so offen für sie Partei, dass ein Russe einfach den Mund halten muss, wenn er sich nicht Unannehmlichkeiten aussetzen will. Ich hatte Französisch gesprochen. Der General sah mich ganz verdutzt an und war sichtlich im Zweifel darüber, ob er auf mich böse werden oder nur darüber staunen sollte, dass ich mich so vergessen konnte. Es scheint, dass man ihnen irgendwo eine tüchtige Lektion erteilt hat, bemerkte der Franzose in verächtlichem Tone. Ich hatte in Paris einen Streit mit einem Polen, antwortete ich, und mit einem französischen Offizier, der dem Polen beistand. Die übrigen Franzosen jedoch stellten sich auf meine Seite, als ich ihnen nämlich erzählte, dass ich dem päpstlichen Nunzes in den Kaffee spucken wollte. Was? In den Kaffee spucken? fragte der General ganz verblüfft, indem er sich rings im Kreise umsah. Der Franzose blickte mich ungläubig an. Allerdings in den Kaffee spucken versetzte ich. Ich glaubte nämlich, ich würde in ihren Angelegenheiten einen Abstecher nach Rom machen müssen, und so begab ich mich in die Kanzlei des päpstlichen Nunzius in Paris, um meinen Pass visieren zu lassen. Dort empfing mich ein Abbe von etwa 50 Jahren mit einer ausgedörrten, frostigen Physiognomie. Er hörte mich höflich an und bat mich dann, in trockenem Tone ein wenig zu warten. Ich hatte es zwar eilig, doch setzte ich mich schließlich, nahm eine französische Zeitung aus der Tasche und begann die Schmähungen zu lesen, mit welchen dieselbe uns Russen bewarf. Da hörte ich auf einmal, dass jemand durch das anstoßende Zimmer sich zu Monsignore begab und sah, wie mein Abbe sich vor dem Ankömmling verbeugte. Ich wandte mich nochmals an ihn mit meiner Bitte, und er ersuchte mich, in noch trockenerem Tone zu warten. Nach einer Weile erschien wieder jemand, dem Anschein nach ein Österreicher, der ein geschäftliches Anliegen hatte und ohne weiteres zum Nunzius vorgelassen wurde. Das brachte mich vollends auf. Ich erhob mich, trat an den Abbe heran und sagte in entschiedenem Tone, dass, wenn Monsignore empfängt, er auch meine Angelegenheit erledigen könne. Der Abbe trat ganz erstaunt einen Schritt zurück, als ob er nicht Begriffe, wie ein elender Russe in dieser Art mit ihm sprechen konnte und fragte wegwerfend, indem er mich vom Kopf bis zu den Füßen maß, »Sie glauben also, dass Monsignore sich ihretwegen beim Kaffee stören lassen wird?« Da begann auch ich zu schreien, und zwar noch lauter als der H.A.B. »So wissen Sie denn,« rief ich, »dass ich auf den Kaffee Ihres Monsignore einfach spucke. Wenn Sie mir nicht sofort meinen Pass in Ordnung bringen lassen, will ich ihm selber meinen Besuch machen.« »Was?« »In dem Augenblick, da der Kardinal bei ihm ist,« schrie der Abbe ganz starr vor Schrecken, indem er sich mit ausgebreiteten Armen vor der Tür aufpflanzte, als ob er eher sterben, als mich vorlassen wollte. Da erklärte ich ihm, dass ich ein Ketzer und ein Barbar sei, und dass mir alle diese Erzbischöfe, Kardinäle und Monsignore, in höchstem gerade gleichgültig wären. Meine Mine belehrte ihn, dass ich von meinem Vorhaben durchaus nicht abstehen würde, so nahm er denn, indem er mir einen Blick voll grenzenlosen Hasses zuwarf, meinen Pass und trug ihn nach oben zu Monsignore. Eine Minute später war alles in Ordnung. »Da, wollen Sie sich das Ding einmal ansehen?« Ich zog den Pass heraus und zeigte ihm das Siegel des Nunzius. »Hm, haben Sie da eigentlich?« begann der General. »Nur das hat sie gerettet, dass Sie sich ihm als Barbar und Ketzer vorgestellt haben,« bemerkte lachend der Franzose. »Das war gar nicht so dumm.« »Weiter sind wir Russen also nichts in Ihren Augen? Aber freilich, wir selber sind schuld, dass man so von uns denkt. Da sitzen Sie nun, unsere lieben Landsleute, und wagen nicht zu mucken und möchten es am liebsten ganz verleugnen, dass Sie Russen sind.« »Nun, mit mir wenigstens ist man in Paris etwas glimpflicher umgegangen. Als ich meinen Streit mit dem AB erzählte, trat der dicke polnische Edelmann, mein größter Feind an der Table d'Ot, sehr bald in den Hintergrund. Ich hatte gewonnenes Spiel, und die Herren Franzosen waren nicht einmal böse, als ich ihnen eine Geschichte von einem alten Russen zum Besten gab, den ich selbst vor zwei Jahren gesehen habe und dem im Jahre 1812 ein französischer Jäger ohne jeden Anlass einzig um sein Gewehr zu entladen, eine Kugel ins Gesicht geschossen hatte. Dieser Russe, damals ein zehnjähriger Knabe, war während des Brandes mit seinen Eltern in der Stadt geblieben, da es zur Flucht schon zu spät war.« »Das kann unmöglich wahr sein,« rief der Franzose hastig aus. »Ein französischer Soldat wird niemals auf ein Kind schießen.« »Und doch ist es geschehen,« versetzte ich, »und der, dem es passierte, ist ein verabschiedeter Kapitän, ein höchst ehrenwerter Mann, der heute noch lebt.« »Ich selbst habe die Schussnarbe auf seiner Backe gesehen.« Der Franzose begann rasch und lebhaft zu widersprechen. Der General leistete ihm Beistand, ich aber empfahl ihm, sich besser über den Gegenstand zu unterrichten, beispielsweise das Tagebuch des Generals Perowski zu lesen, der sich im Jahre 1812 in der Gefangenschaft der Franzosen befand. Um dem Gespräche eine andere Wendung zu geben, mischte sich auch Maja Filipovna in die Unterhaltung. Der General war sehr unzufrieden mit mir, mein Streit mit dem Franzosen war nämlich bald ziemlich laut geworden. Nur Mr. Erstli schien an demselben Gefallen zu finden. Als wir uns von der Tafel erhoben, bat er mich, mit ihm zusammen noch ein Glas Wein zu trinken. Gegen Abend fand ich auch Gelegenheit, mit Paulina Alexandrovna ein Viertelstündchen zu sprechen. Sie hatte sich mit der übrigen Gesellschaft in den Park begeben und auf einer Bank gegenüber der Fontäne Platz genommen. Sie schickte Nadenka, die in ihrer Obhut war, zu einer in der Nähe spielenden Kinderschar und ich gab Mischa die Erlaubnis zur Fontäne zu gehen. Wir waren allein. Zuerst hatten wir eine geschäftliche Angelegenheit zu ordnen. Ich übergab ihr 700 Gulden, die ich in einer Pariser Pfandleihe auf ihre Brillanten bekommen hatte. Paulina war ganz außer sich vor Ärger. Sie hatte zumindest auf 2000 Gulden oder gar noch mehr gerechnet. Ich brauche Geld. Geld um jeden Preis, sagte sie. Sonst bin ich einfach verloren. Es muss durchaus herbeigeschafft werden. Ich fragte sie, was alles während meiner Abwesenheit vorgefallen wäre. Nichts Besonderes. Nur aus Petersburg sind zwei wichtige Nachrichten angelangt. Zuerst, dass es mit der Großmutter in Moskau sehr schlecht steht. Und dann zwei Tage darauf, dass sie wahrscheinlich schon gestorben ist. Letzte Mitteilung stammt von Timofei Petrovic, der ein sehr zuverlässiger Mann ist. Wir erwarten nun eine letzte endgültige Nachricht. Alle Welt schwebt hier also gewissermaßen in Erwartung, fragte ich. So ist es. Seit einem halben Jahre war das die letzte Hoffnung. Haben auch Sie gehofft, fragte ich. Ich bin ja gar nicht mit ihr verwandt. Ich bin doch nur die Stieftochter des Generals. Ich weiß indessen ziemlich bestimmt, dass sie mich in ihrem Testament nicht vergessen hat. Ich glaube, sie wird Ihnen ein hübsches Legat aussetzen, sagte ich in überzeugten Tonen. Ja, sie hatte mich gern, aber wie kommen Sie denn zu dieser Vermutung? Sagen Sie einmal, versetzte ich statt der Antwort. Unser Makida scheint gleichfalls in alle Familiengeheimnisse eingeweiht zu sein. Was für ein Interesse haben Sie denn, danach zu fragen, sagte Polina, indem sie mich streng ansah. All das wäre doch, wenn mich nicht alles trügt, hat der General bereits Geld von ihm entliehen. Sie haben es erraten. Nun, und würde er wohl etwas gegeben haben, wenn er nichts von der Großmutter wüsste? Hörten Sie nicht, wie er bei Tische wohl dreimal von ihr als der Babulinka sprach? Was für vertrauliche, freundschaftliche Beziehungen. Ja, Sie haben recht. Und wenn er erst hört, dass ich auch etwas von der Babulinka erbe, wird er keinen Augenblick zögern, sich um meine Hand zu bewerben. Das ist es doch, was Sie erfahren wollten, nicht wahr? Er wird sich bewerben? Ich denke, er bewirbt sich schon lange. Sie wissen recht gut, dass das nicht der Fall ist, brauste Polina ärgerlich auf. Wo haben Sie diesen Engländer kennengelernt? Fügte sie dann nach kurzem Stillschweigen hinzu. Wusste ich doch, dass Sie mich nach ihm fragen würden. Ich erzählte ihr von meinen früheren Begegnungen mit Mr. Astley. Er ist sehr schüchtern und sehr verliebt. Ich glaube, Sie haben es ihm schon angetan. Ja, er ist in mich verliebt, entgegnete Polina. Nun, der ist mindestens zehnmal so reich wie der Franzose. Mit den Reichtümern dieses Letzteren scheint es überhaupt ziemlich unsicher zu stehen. Durchaus nicht unsicher. Er besitzt irgendwo ein Chateau. Noch gestern versicherte der General es ganz bestimmt. Nun, wissen Sie jetzt genug? An Ihrer Stelle würde ich jedenfalls den Engländer heiraten. Weshalb? fragte Polina. Der Franzose ist hübscher, aber sein Charakter ist gemeiner. Der Engländer dagegen ist, abgesehen von seinem Reichtum, auch sehr ehrenhaft. Allerdings, aber dafür ist der Franzose ein Marquis und besitzt Verstand, versetzte sie in ruhigstem Tone. Ist das erste auch sicher, fuhr ich in meinen Nachforschungen fort. Ganz sicher. Polina fand offenbar keinen Gefallen an meinen Fragen. Ich sah, dass sie mich durch ihre schroffen Antworten einschüchtern wollte. Ich zögerte nicht, meine Vermutung auszusprechen. Ei, was schadet denn das? Es belustigt mich eben, dass Sie sich ärgern. Schon dafür müssen Sie bezahlen, dass ich Ihnen erlaube, solche Fragen an mich zu stellen. Ich halte mich für durchaus berechtigt, Ihnen jede Art von Fragen zu stellen, umso mehr, als ich bereit bin, Ihnen jeden Preis für die Antworten zu zahlen. Ha, 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 lachte Polina. Ganz recht. Sie waren es ja, der sich auf dem Schlangenberge dazu erbot, sich auf mein erstes Wort hin, kopfüber in den Abgrund zu stürzen, welcher dort, wie ich glaube, tausend Fuß tief ist. Warten Sie nur, ich werde Sie noch einmal an dieses Wort erinnern. Wir wollen dann sehen, ob Sie wirklich jeden Preis zahlen werden. Oh, ich hasse Sie. Schon darum, weil ich Ihnen so viel gestattet habe und noch mehr, weil ich Ihrer so sehr bedarf. Wenn ich Sie jetzt schone, geschieht es eben nur deshalb, weil ich Ihrer noch bedarf. Sie erhob sich ganz erregt von Ihrem Platze. Unsere Gespräche hatten in der letzten Zeit immer damit geendet, dass sie ganz aufgebracht und böse wurde. Eine letzte Frage wandte ich mich nochmals an Sie. Wer ist diese Mademoiselle Blanche? Sie wissen selbst, wer sie ist. Die Dinge liegen ganz ebenso wie früher. Mademoiselle Blanche wird ohne Zweifel Frau Generalin werden, selbstverständlich nur, wenn das Gerücht von dem Tode der Großmutter sich bewahrheitet, denn Mademoiselle Blanche und Ihre Mutter und Ihr Herr Cousin, der Marquis, wissen ganz genau, dass wir vollständig auf dem Trocknen sitzen. Der General ist also wirklich so leidenschaftlich in Sie verliebt? Das muss Ihnen ganz gleichgültig sein. Hören Sie, was ich Ihnen sage. Nehmen Sie diese 700 Gulden und gehen Sie in den Spielsaal. Gewinnen Sie für mich so viel, als Sie können, denn ich muss auf alle Fälle Geld haben. Nach diesen Worten rief sie in der Denker heran und begab sich nach dem Kurhause, wo sie sich der übrigen Gesellschaft anschloss. Ich bog links in den ersten besten Seitenpfad ein und hing meinen Gedanken nach. Ihre Aufforderung, für sie zu spielen, hatte mich ganz verblüfft. Ich hatte wirklich sonstigen Stoff genug zum Nachdenken. Plötzlich jedoch ertappte ich mich bei einem alten Thema, das mich schon oft beschäftigt hatte. Ich analysierte meine Gefühle für Polina. Ich muss sagen, dass es mir während dieser zweiwöchigen Abwesenheit leichter zumute war, als jetzt am Tage meiner Rückkehr. Allerdings empfand ich unterwegs Sehnsucht und Herzleid. Ich gebärdete mich bisweilen wie ein Verrückter und sah sie beständig, im Träumen wie im Wachen vor mir stehen. Einmal, es war in der Schweiz, war ich im Coupé eingeschlafen und muss wohl im Traume ihren Namen laut ausgesprochen haben. Wenigstens begannen meine Mitreisenden auf einmal zu lachen und hatten alle, als ich erwachte, ihre Blicke auf mich gerichtet. Noch einmal stellte ich mir jetzt die Frage, liebe ich sie oder nicht. Und noch immer war ich nicht imstande, diese Frage zu beantworten oder vielmehr, ich beantwortete sie zum hundertsten Male dahin, dass ich sie hasse und nicht liebe. Ja, sie war mir verhasst. Es gab Augenblicke, namentlich, wenn unsere Gespräche zu zweien zu Ende gingen und sie mich mit ihrer gewohnten Rücksichtslosigkeit verhöhnte. Augenblicke, in denen ich mein halbes Leben dafür hingegeben haben würde, wenn ich sie hätte erdrosseln dürfen. Ich wäre imstande gewesen, ihr langsamen Zoll für Zoll einen Dolch in die Brust zu bohren und hätte dabei ein köstliches Gefühl der Wollust empfunden. Aber ebenso sicher hätte ich es fertiggebracht, mich auf ein einziges Wort aus ihrem Munde von der Aussicht auf dem Schlangenberge in den Abgrund hinabzustürzen, und zwar mit dem selben Gefühle der Wollust. Bei Gott, ich hätte keinen Augenblick gezögert. Nun, wie dem auch sei, die Sache muss so oder so entschieden werden. Sie begreift das alles sehr wohl und der Gedanke, dass ich die Unerfüllbarkeit meiner Fantasien kenne, dass ich ganz klar und deutlich weiß, wie unerreichbar hoch sie für mich dasteht. Dieser Gedanke bereitet ihr sicherlich ein ganz besonderes Vergnügen. Wie könnte sie, die allen anderen gegenüber so vorsichtig und verständig ist, sich sonst mit mir in solche Offenheiten und Vertraulichkeiten einlassen? Ich glaube, sie hat mich bisher so betrachtet, wie jene Kaiserin des Altertums ihren Sklaven, in dessen Gegenwart sie sich entkleidete, in der Überzeugung, dass er kein Mensch sei. Oh ja, mehr als einmal hat sie mich behandelt, als ob ich kein Mensch wäre. Doch ich hatte von ihr ja den Auftrag, um jeden Preis an der Roulette für sie zu gewinnen. Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, weshalb und wozu ich eigentlich gewinnen sollte und was für neue Vorstellungen in diesem ewig spekulierenden Kopf verentstanden sein mochten. Überdies hatte sich offenbar während meiner Abwesenheit so manche Tatsache ereignet, die mir noch nicht bekannt war. Alles das musste ich erforschen und erraten, und zwar sobald als möglich. Jetzt freilich war nicht die Zeit dazu. Ich musste mich beeilen, in den Spielsaal zu kommen. Ende von erstes Kapitel Die Armen in der Senne Von den Höhen des Teutoburger Waldes sieht man in eine weite Ebene die Senne genannt, deren ödester Teil sich zwischen Paderborn, Bielefeld und dem Fürstentum Lippe hinzieht. Sie gewährt einen eigentümlichen Anblick, der sich wohl am besten mit der Aussicht vergleichen lässt, die man in der Abenddämmerung von einem höheren Punkte des Strandes auf die See hat. Die Täuschung wird noch größer, wenn in den Strahlen der untergehenden Sonne oder im Mondlicht die dunklen Wasserflächen einiger Teiche zu leuchten beginnen, die hin und wieder den Sand durchschneiden und gewöhnlich von kleinen Fichtengehölzen umgeben sind. In solchen Augenblicken gewinnt die Gegend keineswegs einen schönen, vielmehr einen höchst unheimlichen und wahrhaft geisterhaften Anstrich. Die Umrisse einiger Meierhöfe und zerstreuter Baumgruppen verschwinden und bald gewahrt das Auge nur noch den schwarz-blauen Farbenton der Ebene, über welchen die Nebel in weißen Wogen hereinbrechen. Dem Beschauenden scheint dann der geheimnisvolle Geist jener Wüste vorzuschweben, jener Wüste, in welcher schon so vieles auf- und niederging, in deren Sand die Waffen der Römer verrosteten, in der Franken und Sachsen im Kampf aneinander rannten, in welcher der tollste Hexenspuk sein Wesen trieb und die jetzt wohl die unglücklichsten Bewohner des einst so gewaltigen Westfalens bevölkern. Wir wollen von den Bergen hinuntersteigen und uns auf dem eigentlichen Terrain näher umsehen. Eine Wüste nannten wir jenen Landstrich und dennoch bevölkert. Leider ist dies nur zu wahr. Denn auch hier, wo die Natur dem Menschen geradezu untersagt zu haben schien, sich anzubauen, hat der Arme, dem kein besserer Boden zuteil wurde, sein Korn der Erde anvertraut. Hier und dort, wo der Sand fester und feuchter ist, sieht man Buchweizen und Hafer in dünnen Halmen aufschießen. Gleich daneben, hinter einem Zaun, aus Birken geflochten, weidet eine magere, bunt gefleckte Kuh, wohl die einzige Trösterin des Bauers, der nicht weit davon aus Lehm und Baumzweigen seine niedrige Hütte aufgeschlagen hat. Treten wir an die Tür derselben, da schlägt uns ein dichter Rauch entgegen, denn für einen Schornstein hat man nicht gesorgt. Ist im Winter der Herd erloschen, da muss der in der Hütte zurückgebliebene Rauch und Dunst noch wärmen. Gehen wir vorüber, da laufen uns einige zerlumpte Kinder nach, sie halten die Hände gefalten und murmeln eine Sprache, welche niemand versteht. Aber in den kümmerlichen Blicken kann man lesen, was sie wollen, und gibt ihr einem kleinen Mädchen mit hellblonden Haaren eine Silbermünze, da ist es mehr, als sie je besaß, mehr, als sie in mehreren Wochen durch Flaxspinnen verdienen kann. Es ist so rührend komisch, wenn man mit einem Bauer spricht, welcher eben aus Friesland zurückkommt, wo er einige Monate für Lohn arbeitete. Seine Augen blitzen vor Freude, er bringt Geld mit, Geld in dem kleinen ledernen Beutel. Das kleine Feld ist unterdessen leidlich gedehen. Die Kuh ist noch am Leben, er düngt sich reich und glücklich. Da sieht er plötzlich seine Kinder herbeilaufen und er wird ernst und still. Es fällt ihm ein, dass alles vielleicht nicht hinreicht, um die junge Brut durch den Winter zu bringen. Aber beim Teufel, lieber Mann, weshalb hat er auch so viele Kinder? Ja, sagt der Bauer dann, die Obrigkeit ist auch gar nicht damit zufrieden. Sehen Sie, wenn unser eins heiraten will, da muss er erst auf dem Amt 150 harte Thaler vorzeigen können. Und kann er dies nicht, da mag er gehen. Er wird nicht kopuliert. Wenn ich nun unseres Nachbars, dass junge Liese gern leiden mag und kein Geld habe, was tue ich dann? Entweder muss ich bei einem Paderborner Juden das Geld borgen und abscheuliche Prozente bezahlen oder und dann sieht mancher junge Bauer verschämt zur Erde. Am schlimmsten sind die Leute daran, welche sich durch irgendeinen günstigen Ackerfleck verleiten ließen, mitten in die eigentliche Senne zu ziehen, denn dort sind sie, wenn im Winter die ohnehin ungangbaren Wege ganz verschneien, von aller Welt abgeschnitten. Der Vorrat von Kartoffeln geht bald zu Ende. Durch die schlechte Witterung, welche die Lehmwände der Hütten nass und feucht macht, brechen Krankheiten ins Haus herein. Mehrere Glieder der Familie liegen schon, die Alten an der Gicht, die Jungen am Nervenfieber danieder. Da macht der Gesundeste sich auf und eilt zu dem Prediger des nächsten Dorfes. Der soll Trösten helfen retten. Man sagt ihm, ein Sterben der Wünsche, die Sakramente. Er kommt an Ort und Stelle, sieht den Jammer und die Not, sieht aber auch ein, dass das Heiligtum hier weniger helfen kann, als eine wollene Decke, als ein gutes Brot. Ist es in seiner Macht, so unterstützt er aus eigenen Mitteln, bescheinigt aber gewiss den kläglichen Zustand jener Armen, damit sie aus der nächsten Ortschaft ihren Pfennig von der Behörde und die Hilfe eines Arztes bekommen. Leider sind manchmal die Einkünfte einer Gemeinde aber nicht so groß, um jedem unglücklichen Einlieger helfen zu können und, was noch schlimmer ist, oft findet sich auch, dass ein Bauer, nachdem er bei dem Gemeindevorstand um Unterstützung angehalten hat, gar nicht zu dieser gehört, also kein Recht darauf hat. Die Grenzen der Länder, in jener Ebene durch nichts Hervorstechendes markiert, waren ihm nicht bekannt. Er weiß nicht, ob er ein Preuße, ein Lipper oder was sonst ist, und ehe er sich von der einen Behörde an die andere wenden konnte, ist der Tod in seine Hütte reingebrochen und hat mit seinem kalten Kuss allem Leid ein Ende gemacht. Vor gar nicht langer Zeit fuhren wir von der Lippischen Grenze ins Preußische hinüber und wurden auf dieser Postwagenreise durch den Sand mehr hin und hergeworfen als in dem lustigsten Sturm auf dem Kanal. Hinter uns lagen die altsassischen Wälder, in denen wir noch am Morgen einen der größten Hirsche, Montreater, vorüberrennen sahen. Vor uns dehnte sich die Ebene mit ihrem rotblühenden Heidekraut, das immer höher aufwuchert, wo ein Teich den Boden feuchter macht. Einige Kiebitze, die schlanken Bewohner der Heiden, hüpften über das Moor und ergötzten uns durch ihr helles Geschrei, in das bisweilen ein alter Frosch mit verständiger, ernster Stimme einfiel. Nebenbei lenkte ein alter Förster unsere Aufmerksamkeit auf einige Fichten, in deren Umzäunung wir die Trümmer einer Hütte bemerkten, die das Feuer jüngst zerstört zu haben schien. Die Geschichte, welche der alte Mann darauf erzählte, machte bald unserer heiteren Stimmung ein Ende. Im letzten Winter, als abwechselnd durch Schnee und Regen alle Wege durch die Senne ungangbar gemacht waren, hatte in jener Hütte, welche jetzt als Trümmer vor uns lag, die Not ihren Gipfel erreicht. Ein junger Bauer verlor sein Weib, was ihm sechs kleine Kinder hinterließ. Sie zu ernähren war das wenige Geld, was er aus Friesland mitbrachte, bald draufgegangen und eine gänzliche Missernte machte, dass seine Scheune diesen Winter ohne den gehörigen Vorrat von Früchten blieb. Dazu kam noch das lange dann niederliegendes Leinenhandels, der von England aus mit so großem Erfolg betrieben wird und der den Bauern jener Gegend, welche früher das Garn mit Nutzen zu Markte trugen, jetzt jede Möglichkeit nimmt, ihr Leben dadurch zu fristen. Alles hätte den jungen Bauer in das noch nicht niederbeugen können, denn noch blieben ihm ja zwei tüchtige Fäuste, die zu jeder Arbeit bereit waren und bei dem Bau des Armin-Denkmals in jener Zeit gerade die beste Gelegenheit dazu fanden. Aber wie durfte er sich tagelang von seiner Hütte entfernen? Sechs Kinder kauerten halbnackt am Feuer und im Winkel der Stube lag auf hartem Strohlager der alte Vater, krumm gezogen von der Gicht, von den fürchterlichsten Schmerzen geplagt, der weinend seine Knie umfasste und ihn bat, nicht davonzugehen. Mehrere Male war schon das größeste der Kinder in das nächste Dorf geschickt zu dem Prediger. Der Vater sei so krank, ließ man ihm sagen, er möge doch mit den Sterbesakramenten kommen. Der Pastor war jedes Mal erschienen, aber wozu der Trost schöner Worte? Man ließ ihn rufen, weniger der Gottseligkeit wegen, als dass er noch einmal die Not sähe, noch einmal eine Unterstützung auswirkte oder vielleicht noch einmal in die eigene Tasche griffe, denn der kranke Vater machte noch keine Sterbemine. Sechzehn Wochen lag er schon am Boden, er war an Schmerzen gewöhnt, er wollte leider noch nicht sterben. So ging der halbe Winter vorüber, die Gegend war von dichtem Nebel umhüllt. Bald konnte man kein Kind mehr hinausschicken, es wäre in den sumpfigen Wegen, im Schnee, auf den unsichern Sandschichten unrettbar verloren gewesen. Die Hilfe der Nachbarn wurde durch die vielen Armen immer kleiner, manchmal blieb sie ganz aus und vom Hunger gestachelt jammerten dann die Kinder in der Hütte umher. Als die Sonne wieder einmal rot hinter den fernen Bergen hinabgesunken war und in und um die Hütte das tiefste Dunkel lag, schleicht der junge Bauer aus der Tür, geht an die Wand, hinter welcher der kranke Vater lag, erschauert zusammen, zerdrückt noch eine Träne im Auge und mit kräftigem Stoß reißt er die morsche Lehmwand auseinander. Der Kranke, gänzlich erschöpft, ist gerade in festem Schlaf versunken. Er merkt nicht, dass ihm der kalte Nachtwind über das Gesicht streicht. Und als er endlich wach wird, sich nicht von der Stelle bewegen kann und um Hilfe wimmert, da hört ihn niemand. Man ist an das Jammern gewöhnt. Der Sohn verwirkt sein Gesicht im Stroh, die Kinder schlafen. Der Nebel ist indes verschwunden und in der Nacht wird es Stern hell. Es wird bitter kalt. Um Mitternacht ist der Alte schon besinnungslos. Als der Morgen kommt, ist er tot. Jetzt hat der junge Bauer nur noch für die Kinder zu sorgen. Nach einigen Tagen sieht man die Hütte in Flammen aufgehen. Der Eigentümer steckte sie selbst in Brand und zieht mit den Kindern auf die nächsten Dörfer, um zu betteln. Wir schreiben dies in einer Fabrikstadt Englands in einem echt schattistischen Loch, in dem Armut und Unheil zu Hause ist. Man hat uns manche Sachen erzählt, die das Herzbeben machen können. Aber Geschichten wie die erzählte aus der lieben Heimat sind doch auch des Schauderns wert. Ende von Die Armen in der Senne Das drahtlose Jahrhundert von Robert Sloss Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Vox und Voxi. Das drahtlose Jahrhundert. Der Sturmvogel war seit länger als 48 Stunden ruhig und sicher über die Eisfelder geflogen, als ein plötzliches Stillstehen des Motors den Kapitän aus seinem tiefsten Schlummer weckte. »He, Kettner, was ist denn los?« rief er aus der Kajüte auf Deck tretend dem Leutnant zu. »Die Kraft ist ausgeblieben,« kam die Antwort. »Ich habe aber die Ersatzbatterien sofort angeschlossen, und es hat nichts weiter zu sagen. Sie sehen ja selbst, es geht ganz gut auch so.« Und tatsächlich flog der Sturmvogel ganz wundervoll seinen Kurs weiter. »Keine Meldung vom Schiff?« fragte der Kapitän, sich an Steuer begebend. Und gerade als er fragte, kam ein zuckendes, blitzartiges Aufleuchten und ein metallisches Knistern von dem Telefonapparat zu seinen Füßen. Er nahm den kombinierten Receiver und Transmitter sofort auf und befestigte ihn an seinem Kopfe. »Das Schiff spricht mit uns,« sagte er. »Der Dynamo ist nicht in Ordnung.« »Wie lange kann der Schaden denn dauern?« fragte der Leutnant, dem man es wohl ansah, wie schwer ihm das Missgeschick des Flugschiffs zu Herzen ging. »Sie können's nicht sagen,« war die Antwort des Kapitäns, der noch immer am Telefon lauschte. »In jedem Fall aber können Sie uns in absehbarer Zeit keine Kraft mehr abgeben.« »Dann ist es wohl besser, wir landen,« meinte der Aeroplan, ging eine etwa eine Meile weit ab südlich liegende Eisfläche zu. Hier wurde die Maschine glatt zum Landen gebracht und von den beiden Männern fest vertaut und verankert. »Ja, ja«, sagte der Kapitän, durch den Zwischenfall sichtlich deprimiert. »Das ist's, was ich gefürchtet habe. Steinmetz hat den von Cook entdeckten Nordpol 1918 nur deshalb durchforscht, weil es ihm möglich gewesen ist, in Spitzbergen seine Dynamos aufstellen zu können. Wir aber müssen uns mit einem einzigen begnügen und haben den noch auf einem Schiffe.« »Ich weiß, ich weiß, Kettner, was Sie sagen wollen. Ich weiß, dass der Südpol so unglücklich liegt, dass ihm kein Festland nahe genug liegt, um mit Sicherheit operieren zu können. Gerade darin aber liegt unser Nachteil, denn Steinmetz konnte immer von einem oder dem anderen seiner Dynamos Kraft genug von dem kolossalen Energiestrom abbekommen, dem die Kraftanlagen am Niagarafall durch den Äther entsandten. Wir aber...« »Wir werden uns durch diesen Zwischenfall auch nicht entmutigen lassen, Kapitän«, sagte der Leutnant. »Denken Sie nur daran, wie sehr wir heutzutage Richtung und Kraft des Stromes in unserer Gewalt haben und wie viel drahtlose Kraft zur Zeit Steinmetz verloren ging. Nein, nein, ein Pech ist es freilich, dass wir nur einen Dynamo haben. Aber dass wir von unserem Schiff von Melbourne aus ebenso viel Kraft erhalten wie er damals vom Niagara, das ist gewiss.« »Sie können Recht haben«, sagte der Kapitän, »aber eine verdammte Geschichte bleibt es doch. Im Übrigen können wir wenigstens feststellen, wo wir uns befinden. Und Sie, Kettner, sehen Sie mal zu, dass Sie ein bisschen Feuer hinter den Leuten machen. Sie sollen sich mal sputen. Denn hol mich der Teufel, wenn ich diesmal die Fahrt unterbreche und nicht bis zum Pol komme.« Und während sich Leutnant Kettner den Hörer anschnallte, ging der Kapitän in seine Kabine zurück. Noch aber hatte der Leutnant keine Verbindung gehalten, als der Kapitän, den Sextanten in Händen, atemlos auf ihn zustürzte. »Kettner, Freund, Mensch, wissen Sie, wo wir sind?« »Weit näher dem Pole als Steinmetz damals dem Nordpol war, als er sein letztes Lager bezog, von dem aus er dann seinen glücklichen Flug unternahm.« »Und wissen Sie, was das heißt?« »Dass wir in drei Stunden unser Ziel erreichen können. Dass wir den Südpol erreichen werden, selbst wenn uns das Schiff im Stich lässt. Denn unsere Batterien müssten genügen.« »Darf ich dem Schiff davon Nachricht geben?«, fragte der Leutnant, der den Enthusiasmus seines Vorgesetzten selbstverständlich teilte. »Ja, lieber Kettner, tun Sie das!« Auf dem Schiff erregte die Nachricht natürlich lauten Jubel. »Sie sind außer Rand und Band«, sagte der Leutnant. »Sie lassen Ihnen Glück wünschen zu dem grandiosen Erfolge. Sie fragen an, ob Sie die Nachricht weitergeben können. Sie versichern, dass Sie alles daran setzen werden, um die Maschine wieder in Gang zu bringen.« Und plötzlich schmunzelte er. »Connors, vom internationalen Nachrichtenbüro will die Nachricht noch rechtzeitig für die Londoner Morgen und die New Yorker Abendblätter geben. Er möchte aber gerne ein Interview mit Ihnen selbst haben. Geht's?« Der Kapitän lachte. »Das ist ein unternehmender Bursche«, sagte er. »Sagen Sie, ich stehe ihm später gern zur Verfügung.« »Gibt's sonst noch was? Hat meine Frau nicht angefragt?« Kettner gab die Frage an das Schiff, das hart an den Eisbarrieren des Monterebus lag, die Antwort weiter. »Nein, sobald sie aber anrufen wird, wird man sie davon verständigen.« »Gut, dann wollen wir also von allem etwas essen und es uns dann bequem machen und schlafen. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen.« Und mit diesen Worten begab sich der Kapitän auch schon in die Asbest ausgelegte, feuersichere Kabine. Und bald waren beide Forscher emsig damit beschäftigt, sich über den elektrischen Kocher ihr Mahl zu bereiten. Und als der Kaffee dampfte und die Pfeifen gestopft und in Brand gesteckt waren, da kam jene behagliche Stimmung über die beiden, in der man wenig spricht und sich im Schweigen doch so unendlich viel sagt. Plötzlich aber legte der Kapitän die Pfeife beiseite. »Kettner«, sagte er, »ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir mal alle unsere Batterien in Gang brächten und den Versuch machten, uns mit Umgehung der drahtlosen Station mit der Welt telefonisch in Verbindung zu setzen? Das wäre mal wieder was, wovon die Welt sprechen könnte. Hier, nicht hundert Meilen vom Südpol und... Ja, wir wollen versuchen.« Wie spät ist das jetzt? »10 Uhr 27 Ostzeit.« »Gut, wir sind nahezu am 180. Meridian.« »Dann ist in London ungefähr halb elf abends und in Bermuda halb sieben.« »Da ist sie zu Haus. Bitte, Kettner, verbinden Sie mich mit meiner Frau.« Große Oper am Südpol. Kettner verband das halbwurzend leichter, aber ungemein kraftvoller Batteriezellen miteinander, machte die nötigen Handgriffe, drückte den Knopf nieder und das allgemeine Anrufsignal ging hinaus in den Äther. Der Leutnant lauschte und lauschte, aber keine Antwort kam. Plötzlich aber lächelte er. »So, jetzt habe ich sie.« »Die Bermuda-Station hat sich gemeldet.« »Ja?« »Mit Frau Kapitän Kingsley.« »Jawohl.« Ein Blitz zuckte auf und ein eigentümliches Summen wurde gehört. »Die Kälte hat den Ton ein bisschen beeinflusst«, sagte er. »Der Apparat ist verschnupft.« »So, das werden wir gleich beheben.« »Ja?« »Jawohl.« »Bitte, Kapitän, Ihre Frau aus dem Apparat.« Sofort legte sich der Kapitän den Hör- und Sprechapparat um und schaltete den Fernseher mit ein, sodass er mit seiner Frau nicht nur sprechen konnte, sondern sie in dem an den Apparat aufgeschraubten, feingeschliffenen Metallspiegel auch sah und jede ihrer Bewegungen und den Ausdruck ihres Gesichtes beobachten konnte. Eine Viertelstunde lang und noch länger dauerte das Gespräch, denn was hatte man sich nicht alles zu sagen. Es gab einen ganz genauen Bericht von seiner Fahrt über das ewige Eis und seinem Zwischenfall, der ihn verhinderte, jetzt schon am Südpol zu sein. Sie war natürlich stolz auf den unsterblichen Triumph ihres Mannes, und ehe sie das Gespräch abbrach, ließ sie noch des Kapitäns Töchterchen, seinen Liebling, an das Telefon kommen. »Großartig, Kettner«, sagte der Kapitän. »Wenn uns das gelungen ist, dann können wir auch versuchen, uns mit New York zu verbinden. Da ist es gerade um die Theaterzeit. Wie wär's, wenn wir uns auch ein klein wenig Musik gönnten und uns die Oper ein Stündchen anhörten. Wollen wir?« Statt jeder Antwort gab Kettner wieder das Anrufsignal. Wieder sprühten, zuckten und flammten die knisternden Blitze. »In fünf Minuten haben wir die Musik. Soll ich den Megafon-Receiver anschließen?« »Selbstverständlich.« »Wissen Sie schon, was gegeben wird?« »Jawohl.« »Der Herr der Lüfte.« »Oh«, rief der Kapitän. »Von Redfass, dem Wagner unserer Zeit? Das trifft sich famos.« Und nun saßen die beiden Männer und lauschten, hier im ewigen Eise der Polarregion, den Klängen und Stimmen der New Yorker Oper. Mitten in der Aufregung aber kam ein anderer Ton. Ein Anruf. Ein wahrer Sprühregen von Blitzen prasselte nieder. »Na nu, was ist denn los?« »Hurra«, rief er aber plötzlich aus. »Der Dynamo auf dem Schiff ist wieder im Stand. Wir haben wieder die Kraft, Herr Leutnant. Der Platz am Steuer gebührt jetzt mir.« Und fünf Minuten später erhob sich das zierliche Luftschiff auf seinen Schwingen hoch in die Luft und glitt über die Eisfelder hin. Dem Pole entgegen. Wunder, denen wir entgegengehen. Ich könnte in diesem Stil fortfahren, Gott weiß wie lange, und Wunder über Wunder erzählen, ohne meine Fantasie auch nur am geringsten anzustrengen. Denn alles, was in dem bisherigen Gang der Erzählung so wunderbar sich angehört hat, sind Probleme, die heute schon gelöst sind und die keineswegs mehr in das Gebiet der frommen Wünsche oder der überspannten Hoffnungen und Erwartungen gehören. Nein, es sind Tatsachen, die nur darauf warten, in unser praktisches Leben eingeführt zu werden. Gerade so, wie Telegraph und Telefon und Phonograph sich darin eingeführt haben. Der Berliner Graf Arco und der Amerikaner de Forrest und der Danny Paulsen haben den Nachweis geliefert, dass eine Entfernung von 4 bis 500 englischen Meilen kein ernstes Hindernis für ein drahtloses Telefongespräch ist und dass man Musik und Gesang ebenso drahtlos übertragen kann wie jede andere menschliche oder andere Stimme. Und was das Sehen der Person betrifft, mit der man spricht, so ist das Problem auch schon gelöst, wenn auch noch nicht jene Vollkommenheit erreicht ist, auf die wir aber keineswegs mehr 10, geschweige denn 100 Jahre warten müssen. Und was das Treiben eines Aeromobils durch diese erstaunliche Kraft, die wir die Drahtlose nennen, anbelangt, weshalb nicht? Gerade im letzten Jahre haben wir das Problem auch dieser Kraftanwendung gelöst und ein schwerer Treidelzug wurde auf drahtlosem Wege in Bewegung gesetzt. Was aber die Geschwindigkeit der Luftschiffe und Flugmaschinen anbelangt, so haben wir selbst gesehen, dass man jetzt schon Geschwindigkeiten von 90 Kilometer in der Stunde erreicht und auf dem letzten Fliegerkongress wurde die gar nicht sanguinische Ansicht vertreten, dass wir jeden Tag diese Geschwindigkeit auf 500 Kilometer werden erhöhen können. Alles, was wir jetzt durch den Draht senden und erreichen können, können wir auch auf drahtlosem Wege senden und erreichen. Das ist die Wahrheit, die gegenwärtig alle Ansichten und Methoden unserer wissenschaftlichen und maschinellen Welt revolutioniert. Und wir können uns diese Tatsache freuen, wenn auch die Kupfermagnaten kein allzu freundliches Gesicht dazu machen und das drahtlose Jahrhundert, das nicht nur kommen muss, sondern schon im Kommen ist, zu allen Teufeln wünschen. Das Prinzip, auf welchem die drahtlose Kraftübertragung aufgebaut ist, ist eines der einfachsten, das die Wissenschaft kennt und wird und kann nie eine Änderung erfahren, es sei denn, die Welt und der Weltenbau selber ändern sich. Wir wissen alle, dass uns das Sehen nur dadurch möglich gemacht ist, dass das Licht in Wellen zu uns gelangt, die bis zu unseren lichtempfindlichen Sehnerven dringen. Ebenso geht jeder Ton in Wellen durch die Luftatmosphäre und dringt an unser Trommelfell, das unter ihrem Einfluss vibriert und uns das Hören ermöglicht. In ganz gleicher Weise geht ein elektrischer Impuls, von wo er immer auch ausgeht, in Wellen durch den Äther, der jedes Molekül jeder Materie umgibt und die elektrischen Vibrationen durch die Luft, durch das Wasser, durch die Erde und durch Welle und Mauern führt. Und es ist möglich, diese Vibrationen überall aufzufangen, vorausgesetzt, dass man den richtigen, auf die richtige Wellenlänge abgestimmten Receiver oder Empfänger zur Verfügung hat. Sobald die Erwartungen der Sachverständigen auf drahtlosem Gebiet erfüllt sein werden, wird jeder Mann sein eigenes Taschentelefon haben, durch welches er sich, mit wem er will, wird verbinden können. Einerlei, wo er auch ist, ob auf der See, ob in den Bergen, ob in seinem Zimmer oder auf dem dahinsausenden Eisenbahnzuge, dem dahinfahrenden Schiffe, dem durch die Luft gleitenden Aeroplan oder dem in der Tiefe der See dahinfahrenden Unterseeboot. Überall wird er mit der übrigen Welt verbunden sein, mit ihr sprechen und sich mit ihr verständigen können. Und er wird sie sehen, wenn er sie sehen will, und sei es auch tausend Fuß unter der Erde oder unter dem Spiegel des Ozeans, und wird gesehen werden in jeder, auch in der kleinsten seiner Bewegungen. Das Telefon in der Westentasche Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem Empfänger herumgehen, der irgendwo im Hut oder anderswo angebracht und auf eine der Myriaden von Vibrationen eingestellt sein wird, mit der er gerade Verbindung sucht. Einerlei, wo er auch sein wird. Er wird bloß den Stimmzeiger auf die betreffende Nummer einzustellen brauchen, die er zu sprechen wünscht, und der Gerufene wird sofort seinen Hörer vibrieren oder das Signal geben können, wobei es in seinem Blieben stehen wird, ob er hören oder die Verbindung abbrechen will. Solange er die bewohnten und zivilisierten Gegenden nicht verlassen wird, wird er es nicht nötig haben, auch einen Sendeapparat bei sich zu führen. Denn solche Sendestationen wird es auf jeder Straße, in jedem Omnibus, auf jedem Schiffe, jedem Luftschiffe und jedem Eisenbahn zu geben. Und natürlich wird der Apparat auch in keinen öffentlichen Lokale und in keiner Wohnung fehlen. Man wird also da nie in Verlegenheit kommen. Und in dem Bestreben, alle Apparate auf möglichst Raumeinschränkung hin zu vervollkommenen, wird auch der Empfänger trotz seiner Kompliziertheit ein Wunder der Kleinmechanik sein. Dieses System des Abgestimmtseins für ganz bestimmte Schwingungen kann durch die jedem bekannte Tatsache verständlich gemacht werden, dass, wenn man in der Nähe eines offenstehenden Klaviers oder einer Violine einen bestimmten Ton singt, die entsprechende Seite des Instruments sofort mitzufibrieren und mitzuklingen beginnt. Und gerade so, wie ein tiefer Ton in langen und ein hoher Ton in kurzen Wellen schwingt, so kann auch in der drahtlosen Telegraphie und Telefonie durch einen eigenen Apparat die Länge der entsandten Vibrationen genau kontrolliert werden. Der drahtlose Telefonapparat, der jetzt allerdings noch in seiner Kindheit steckt, ist ziemlich schwerfällig und groß. Aber das belgische Telefon erforderte anfangs auch eine eigene und noch dazu ziemlich geräumige Zelle, während man heute schon Taschentelefone hat, mit denen man sich auf 5-6 Kilometer Entfernung ganz gut verständigen kann. Und schon jetzt gibt es Forscher auf drahtlosem Gebiete, die, möglichst in regnerischen Nächten, mit einem gewöhnlichen Regenschirm, der ihnen die nötigen Antennen liefert, Nachrichten aus dem Äther mit einem Receiver auffangen, der nicht größer als eine Pillenschachtel ist. Wenn aber dieser Apparat erst so vervollkommnet sein wird, dass auch der gewöhnliche Sterbliche sich seiner wird bedienen können, dann werden dessen Lebensgewohnheiten dadurch noch weit mehr beeinflusst werden, als sie dies jetzt schon durch die Einführung unseres gewöhnlichen Telefones geworden sind. Auf seinem Wege von und ins Geschäft wird er seine Augen nicht mehr durchs Zeitungslesen anzustrengen brauchen, denn er wird sich in der Untergrundbahn oder auf der Stadtbahn oder im Omnibus oder wo er gerade fährt und wenn er geht auch auf der Straße nur mit der gesprochenen Zeitung in Verbindung setzen brauchen. Und er wird alle Tagesneuigkeiten, alle politischen Ereignisse und alle Kurse erfahren, nach denen er verlangt. Fußnote, eine solche gesprochene Zeitung, allerdings noch nicht auf drahtlosem Wege, gibt es jetzt unter anderem auch in Budapest. Fußnote Ende. Und ist ihm damit nicht gedient, sondern steht sein Sinn nach Höherem, so wird er sich mit jedem Theater, jeder Kirche, jedem Vortrags- und jedem Konzertsaal verbinden und an der Vorstellung, an der Predigt oder den Sinfonieaufführungen teilnehmen können. Ja, die Kunstgenüsse der ganzen Welt werden ihm offen stehen, denn die Zentrale der Telharmonie wird ihn mit Paris, Wien, London und Berlin ebenso verbinden können, wie mit der eigenen Stadt. Diese Errungenschaft des drahtlosen Zeitalters werden wir übrigens auch über kurz oder lang schon erreicht haben, denn jetzt schon sind die Vorbereitungen im Gange, um Groß New York mit einer solchen drahtlosen Telefonverbindung zu versorgen, da gefunden wurde, dass dieses Telefon Ton und Klang weit klarer wiedergibt, als unser bisher gebrauchtes Telefon mit Drahtleitung. Das einzige noch in weite Ferne gerückte Problem ist das, unsere Empfangsapparate so empfindlich zu gestalten, dass sie alle Vibrationen aufnehmen können und dass wir den Sendungsimpuls so in unserer Gewalt haben, dass er direkt zu dem ihm entsprechenden Receiver geht, ohne sich in alle Richtungen hin auszudehnen und zu zerstreuen, wie die Wellen, die nach allen Richtungen hin sich verbreiten, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Verbrecherjagd auf drahtlosem Wege In jüngster Zeit wurde die fabelhafte Kunst der drahtlosen Bildertransmission so außerordentlich vervollkommnet, dass sie kein Spielzeug mehr ist, sondern zweifelslos berufen ist, in der Ausgestaltung unserer zukünftigen Lebensverhältnisse eine sehr große Rolle zu spielen. Und wenn diese Erfindung auf die Höhe der Vollkommenheit gehoben sein wird, dann werden wir eine neue Reihe von täglichen Wundern zu verzeichnen haben. Hier ist beispielsweise eine Szene, die sie in hundert oder weniger Jahren alltäglich abspielen wird. Der erste Leutnant des Elektrotubinenschiffs vorwärts stürzt in die Kajüte seines Kapitäns. Kapitän, sagt er, wir erhalten soeben die drahtlose Nachricht von der New Yorker Polizeidirektion, dass Präsident Cramington von der New Yorker Stadtbank eine Million Dollars unterschlagen und die Flucht ergriffen hat. Es wird vermutet, dass er sich auf dem Weg nach Europa befindet. Der Kapitän liest die im Steckbrief enthaltene Beschreibung und lächelt sarkastisch. Bis auf den weißen Bart und das weiße Haar ist nichts da, was den Dieb von einem anderen Sterblichen unterscheiden würde. Und da er wahrscheinlich sein Haar gefärbt und seinen Bart abrasiert hat, so werden wir ihn wohl kaum finden können, wenn die liebe Polizei sich nicht dazu bequemt, uns wenigstens sein Bild zu schicken. Im selben Augenblick kommt der zweite Leutnant und übergibt dem Auftrage des Telegrafenbeamten die auf drahtlosem Wege übersandte Fotografie, die die New Yorker Polizei sofort dem Steckbrief nachgesandt hat. Donnerwetter, sagt der Kapitän, das ist ja der Mensch da in der Luxuskabine. Der war mir längst schon verdächtig. Er gibt sich für einen alten Missionar aus, der nach Afrika zurück will und behauptet, dass er am Fieber erkrankt ist. Trotz der Veränderung, die der Kerl mit sich vorgenommen hat, ist die Ähnlichkeit unverkennbar. Der Ausdruck in den Augen und die Art seiner Kopfhaltung sind derart, dass ich mich absolut nicht täuschen kann. Teilen Sie nach New York mit, dass wir den Burschen haben. Und um zu begreifen, dass es künftig nicht einem Verbrecher mehr möglich sein wird, über das Meer zu kommen, ohne der Gerechtigkeit in die Hände zu fallen, brauchen wir uns nur vorzustellen, dass künftig sämtliche Schiffe und nicht nur die wenigen großen Ozeandampfer von jetzt an mit Apparaten drahtloser Telegrafie versehen sein werden. Dass diese Zeit nicht nur kommen wird, sondern sogar in nicht allzu weiter Ferne steht, ist sicher. Auf diese Art würde dann auch sehr häufig die lästige Auslieferungsformalität vermieden werden. Der deutsche Verbrecher, der Amerika auf einem deutschen Dampfer wird erreichen wollen, wird auf die eben geschilderte Art auf hoher See erkannt und gleichzeitig mit der Meldung an die Berliner Zentralbehörde wird eine andere Meldung an irgendein in der Nähe befindliches deutsches Kriegsschiff gehen, den Verbrecher einfach auf hoher See in Empfang zu nehmen. Oft wird auch durch den schnellen Vorgang eine Panik an der Börse oder eine Verstimmung derselben umgangen werden. Denn häufig wird der Dieb noch eher in den Händen der Gerechtigkeit sein, als sein Diebstahl in Blättern und durch die Blätter dem großen Publikum bekannt geworden sein wird. Das Senden von Bildern und Fotografien an in Bewegung befindliche Schiffe, Züge, Autos und Luftschiffe wird einfach durch die Anwendung der beiden, jetzt drahtlich in Gebrauch befindlichen Methoden, nunmehr drahtlos vonstatten gehen. Die Methode des Herrn Professor Korn, der bisher in München gewesen ist und nun in Berlin weilt, basiert auf der Eigenschaft des Selins, eine größere oder geringere Menge von Elektrizität mit sich zu führen, die in einem ganz bestimmten Verhältnis zu dem Lichte steht, das auf dieses Metall fällt. So werden die verschiedenen Intensitäten von Licht und Schatten, die sich auf einem Negativbild zeigen, auf dem elektrischen Draht in die Ferne versandt und dort übertragen sie sich auf einen gewöhnlichen fotografischen Film, der in der üblichen Art dann entwickelt wird. Die etwas zerrissene Art der dadurch erhaltenen Bilder, die namentlich bei Landschaften und Bildern mit feineren Details unangenehm auffällt und sehr störend wirkt, wird durch die Methode Edouard Billings in Paris vermieden. Da wird erst eine dicke Kohlenzeichnung von der zu sendenden Fotografie gemacht und über diese Kohlenzeichnung fährt, vermittels eines rotierenden Zylinders, die feine Saphierspitze eines Stiftes, der über die ganze Fläche des Bildes in Spirallinien zieht, die nur ein Zwanzigstel eines Millimeters voneinander abstehen. Der Höhenunterschied an der Oberfläche der Zeichnung, der für das Auge ebenso wenig wie für das Gefühl bemerkbar ist, genügt, um auf den Hebel übertragen zu werden, der den Stift hält, und diese Bewegung überträgt sich wieder auf den Receiver der Empfangsstation, wo man sie auf eine Lichtspitze wirken lässt, die durch ihre größere oder geringere Intensität ebenso wie bei dem Korn'schen System auf einen Film einwirkt, der dann einfach entwickelt wird. Ein anderes Wunder unserer Zeit ist der Gray'sche Tellautograph, der ein geschriebenes Manuskript durch den drahtlosen Äther zu senden vermag. Man male sich nur aus, welche große Rolle diese Möglichkeit künftig hin in den Stücken unserer Sensationskomödienschreiber spielen wird. Szene Ein Zuchthaus, weiß der Himmel wo. Zeit? Eine Stunde vor der Hinrichtung eines unschuldig Verurteilten. Die Mutter und die Braut des Verurteilten bitten um Gottes Willen die Hinrichtung zu verschieben, weil ein neues Gnadengesuch an den Kaiser abgegangen ist. Aber kein Aufschub ist möglich. Die Hinrichtung muss pünktlich zur festgesetzten Zeit stattfinden. Und der Kaiser ist weit, weit auf seiner Nordlands- oder Mittelmeerreisen. Ohne des Kaisers Unterschrift, lautet die Antwort, ist kein Aufschub möglich. Der Henker ist bereit. Der Henker wird seines Amtes walten. Alle Hoffnung ist somit verloren. Aber nein, die Heldin des Stückes eilt zu einer drahtlosen Station. Sie kennt die Nummer des Kaisers, die sonst nur seine Vertrautesten kennen. Sie ruft ihn an und spricht mit ihm, der Gott weiß wo auf der Jagd oder mit Staatsgeschäften beschäftigt ist. Und plötzlich ein Leuchten, ein Knistern und auf dem sich langsam abrollenden Papier erscheinen die Schriftzüge des Kaisers. Die Begnadigung ist von ihm unterschrieben. Sie eilt zurück und kommt gerade zur rechten Minute, um die Hinrichtung noch zu verhindern. Wenn wir so einem Stück auf der Bühne begegnen werden, so werden wir uns bald über diese Unwahrscheinlichkeit nicht mehr wundern. Denn schon jetzt ist das Problem der Übertragung der Handschrift vollständig gelöst, wenn es auch der Allgemeinheit noch nicht zugänglich gemacht worden ist. Der Gray'sche Tellautograph überträgt mit Hilfe zweier Seidenfäden die zitternde Bewegung, die ein Stift verursacht, mit dem man auf einer sich schnell abhaspelnden Rolle Papier schreibt, die über diese zwei Seidenfäden läuft. Diese Bewegung übernimmt der Receiver an der Empfangsstation und sie verursacht die entsprechende Bewegung auf einer ganz dünnen offenen Tintentube, die infolgedessen auf dem sich ebenso gleichmäßig abrollenden Papier dieselben Schriftzeichen wiedergibt, die auf der Empfangsstation verursacht wurden. Man kann auf diese Art selbstverständlich nicht nur Handschriften, sondern auch jede andere Zeichnung und alle Zeichen übertragen. Was der Tellautograph in Verbindung mit der drahtlosen Bilderübertragung auf dem Gebiete der Identifizierung bei weiten Distanzen alles wird leisten können, das entzieht sich gerade unserer Beurteilung, denn dies würde uns auf Gebiete führen, die uns heute noch ganz fantastisch erscheinen müssen, obwohl sie zweifellos nichts als die Wahrheit sind. Allerdings die Wahrheit der Zukunft. Kein Bankbetrug wird mehr möglich sein. Es wird keine falschen Anweisungen und keine gefälschten Schecks mehr geben. Jeder Mensch wird jeder Bank sozusagen persönlich bekannt sein, denn wenn sie mit ihm in Verbindung steht, wird sie ihn sehen, wird seine Schrift kennen, wird ihn selbst seine Unterschrift leisten sehen. Und das auch dann, wenn die Bank in Berlin ist und der Auftraggeber in Mexiko. Das drahtlose Jahrhundert wird also sehr vielen, wenn auch nicht allen Verbrechen ein Ende machen. Es wird ein Jahrhundert der Moralität sein, denn bekanntlich sind Moralität und Furcht ein und dasselbe. Das Ende von Raum und Zeit Monarchen, Kanzler, Diplomaten, Bankiers, Beamte und Direktoren werden ihre Geschäfte erledigen und ihre Unterschriften geben können, wo immer sie sind. Direktoren einer und derselben Gesellschaft werden ganz ruhig eine legale Versammlung abhalten können, wenn der eine auf der Spitze des Himalaya ist und der andere in einer Oase der afrikanischen Wüste, der dritte in irgendeinem Badort und der vierte sich gerade auf einer Luftreise befindet. Sie werden sich sehen, miteinander sprechen, werden ihre Akten austauschen und werden sie unterschreiben, gleichsam als wären sie zusammen an einem Orte. Nirgends wo man auch ist, ist man allein. Überall ist man in Verbindung mit allem und jedem. Jeder kann jeden sehen, den er will, sich mit jedem unterhalten, mit jedem Whist, Skat und Poker, mit jedem Schach und Dame spielen und wäre der Betreffende auch tausend Meilen von ihm entfernt. Er kann jedes Vergnügen und jede Zerstreuung, wie sie sich jeder andere Mensch gönnen kann, auch mitmachen. Er kann die Tänzerin des Königs von Siam ebenso gut in Paris in seinem Studierzimmer sehen, wie er während der Fahrt im Bahncoupé einer Vorstellung der großen Oper von Monte Carlo beiwohnen kann. Es gibt nichts, was er sich nicht zu leisten vermag. Er kann die Berühmtheiten seiner Zeit alle mit Augen sehen. Er kann, wenn sie sich darauf einlassen, mit ihnen sprechen. Ja, vielleicht wird auch noch der Apparat erfunden, durch den man ihnen die Hand drücken und ihren Händedruck empfinden kann. Auch das Reißen wird im drahtlosen Jahrhundert eine fabelhafte Umgestaltung erfahren. Es wird mit einer riesigen Schnelligkeit auch eine großartige Sicherheit verbinden. Schon jetzt haben die drahtlosen Techniker den Aero4 nicht nur erfunden, sondern auch derart vervollkommnet, dass ein automatischer Signalapparat dem Lokomotivführer selbstständig anzeigt, wenn ein anderer Zug auf demselben Schienenstrang läuft und sich in einer Entfernung von nur zwei englischen Meilen befindet. Natürlich gibt der Apparat auch die Richtung an, in der dieser Zug sich bewegt. Dadurch sind die Lokomotivführer der beiderseitigen Züge imstande, die Fahrt zu verlangsamen oder zu halten oder eventuell auf ein anderes Gleis zu führen. In jedem Falle aber ist ein Zusammenstoß ganz unmöglich. Derselbe Apparat warnt den Seemann bei schwerem Nebel und kündigt ihm die Nähe eines anderen, seinen Kurs kreuzenden oder in seinem Kurs auf ihn zufahrenden Schiffes an. Und jedes andere in einer gewissen Entfernung befindliche Schifffahrtshindernis wird ihm ebenso sicher durch den Apparat signalisiert und er wird ihm auch die genaue Entfernung angeben können, in der er sich befindet. Ja, man hat den Apparat sogar derart konstruiert, dass er beim Signalisieren der Gefahr sofort im Maschinenraum nicht nur das Haltesignal gibt, sondern auch die Maschinen selber automatisch zum Stillstand bringt. Man wird künftig ganz wundervoll reisen, sei es auf dem Meer oder unter dem Meer, sei es auf der Erde oder unter der Erde oder über der Erde in unserem neuen eroberten Reich der Luft. Wer aber trotz alledem nicht wird reisen wollen, der wird, wie gesagt, ganz bequem in seinem eigenen Zimmer die ganze Welt bereisen können. Es wird keine Zeit und keine Entfernung mehr geben. Und einer Katastrophe wie der jüngsten von Messina und Kalabrien werden wir alle beiwohnen können, sicher in unserem Hause sitzend, wo immer dieses auch steht. Wir werden einfach auf drahtlosem Wege uns mit der Unglückstätte verbinden lassen. Und wer einem Anblick allein nicht genug hat, sondern die Sensation furchtbarste Angst ganz wird auskosten wollen, der wird, wenn er will, auch das Angstgewimmer der Leute, das Verröcheln der Sterbenden und die Schreie der Hungrigen und die Flüche der Irrsinnigen hören. Jedes Ereignis werden wir so mitmachen können. Die ganze Erde wird nur ein einziger Ort sein, in dem wir wohnen. Kein Raum wird uns mehr trennen. Wir werden überall sein, nur dadurch schon, dass wir überhaupt da sind. Auch dieses Bild, das ich eben ausgemalt habe, ist keineswegs eines, das wir erst in 100 Jahren erreichen werden. Nein, der Apparat, der das vermag, ist auch schon erfunden und wurde erst im vergangenen Dezember einem jungen New Yorker Erfinder, Rothschild, patentiert. Und im Grunde ist es eigentlich nichts weiter als die geniale Kombination von Kinematograph, Telautograph, Telefon und wie die großartigen Vorläufererfindungen desselben alle heißen. Auch im politischen Leben wird die drahtlose Telegraphie eine außerordentliche Rolle spielen. Der Wahlvorgang zum Beispiel wird vollständig zentralisiert werden können und Wahlen werden einfach bloß noch in den Reichshauptstädten vorgenommen werden. Jeder wird imstande sein, seine Stimme von dort abzugeben, wo er sich gerade befindet. Und jeder Wähler wird einfach durch Vergleichen mit den Wahllisten identifiziert werden, die nicht nur den Namen und Stand des Wählers enthalten werden, sondern auch dessen Fotografie. Von den höchsten Gletschern, von den Feldern und Sümpfen der Marschen aus wird man seine Stimme abgeben können. Und der Staatsoberhaupt wird Gelegenheit haben, sich, wenn er will und auf welche Weise er dies zu tun beabsichtigt, von der Stimmung im Volke ein wahrheitsgetreues Bild zu schaffen. Denn kein Kaiser und kein Präsident wird mehr auf dem Bericht irgendeine Schranzen angewiesen sein, sondern wird selbst in seinem Schlosse sitzen, jeder Volksversammlung, jeder Volksdemonstration beiwohnen können und wird sich mit jedem in Verbindung zu setzen vermögen, von dem er wahrheitsgetreuen Aufschluss zu erhalten glaubt. Die Stimme der Wahrheit wird bis in die abgeschlossensten Paläste hineindringen und dort nicht mehr ungestört verhallen können. Auch im Gerichtssaal wird die drahtlose Telegrafie eine gewaltige Rolle spielen. Zeugen werden nicht mehr von weit her herbeigeschafft werden müssen, sondern sie werden einfach vor Gericht erscheinen, während sie ruhig zu Hause bleiben oder ihren Geschäften nachgehen. Die Kosten des Gerichtsverfahrens werden dadurch wesentlich billiger werden. Die Zeitverschwendung wird nicht mehr ins Gewicht fallen wie jetzt und niemand wird im Gerichtsgebäude stundenlang warten müssen. Ein Anruf wird genügen und jeder Zeuge und sei er selbst am Nordpol wird im Augenblick zur Stelle sein. Konfrontationen werden auf dieselbe Weise zustande kommen. Der Mörder in Chicago wird auf drahtlosem Wege dem Kronzeugen, der sich vielleicht in Sibirien befindet, gegenübergestellt werden. Beide Zeugen werden aneinander Auge in Auge gegenüberstehen und hier wie dort wird man der ganzen Gerichtsverhandlung folgen und an ihr teilnehmen können. Das einzig Störende wird eben der Zeitunterschied sein, sodass einige Zeugen mitten in der Nacht werden aussagen müssen, wenn sie an einer Verhandlung teilnehmen, in der der lokale Zeitunterschied ein so bedeutender ist. Das drahtlose Zeitalter und die Mode Szene Ein elegantes Boudoir in der 5. Avenue in New York Eine Braut, die Tochter eines Multimilliardärs, ist ganz außer sich und schwimmt in Tränen. Ein furchtbares Unglück ist geschehen. Ihre Brauttoilette ist ruiniert worden. Ein Loch wurde durch eine Zigarette eingebrannt. So kann sie unmöglich am nächsten Sonnabend zur Hochzeit gehen. Lieber gar nicht heiraten. Und den Schaden durch eine Spitze etwa zu verdecken? Nicht um die Welt. Entweder ist das Kleid tadellos oder sie zieht es nicht an. Ein heimischer Schneider? Fällt dir gar nicht ein. Das Kleid muss von Parkin sein, von jener weltberühmten, über hundertjährigen Firma, die schon 1908 tonangebend in ihrem Geschmack war. Aber Kind, ruf der Bräutigam, das ist doch ganz einfach. Wir lassen uns tellautographisch mit Parkin verbinden, suchen uns eine Brauttoilette aus, geben dein Maß an und lassen uns das Kleid durch drahtlosen Luftmotor hierher kommen. Wie weggeflogen ist in diesem Augenblick der Schmerz der jungen Braut. Sie jubelt laut auf, klatscht in die Hände und gibt sofort Befehl, ihren Apparat herbeizubringen. Fünf Minuten später wandeln schon die Pariser Modelle mit den ausgesuchtesten Brautoiletten an ihr vorüber. Die Maße werden genau genommen und angegeben und sechs Stunden später hat die jetzt wieder glückliche Braut ihr Kleid, das zehnmal so schön ist wie das, was ihr Bräutigam verdorben hat. Überhaupt wird das Einkaufen zu jener Zeit ein noch größeres Vergnügen sein als jetzt. Man wird einfach von seinem Zimmer aus alle Warenhäuser durchwandern können und in jeder Abteilung Halt machen, die man eingehender zu besichtigen oder wo man etwas auszuwählen wünscht. Die Kommi werden die Waren in den Warenhäusern ausbreiten, so wie jetzt. Die Kundinnen werden nicht in den Warenhäusern selbst sein, sondern da, wo sie gerade weilen. Bei sich zu Haus oder in einer Gesellschaft oder irgendwo anders. Und sie werden wählen und an ihrer Wahl alle ihre Freundinnen teilhaben lassen können. Und alles wird leibhaftig vor ihren Augen erscheinen. Denn natürlich werden alle die Bilder in ihren natürlichen Farben zu sehen sein. Auch auf Ehe und Liebe wird der Einfluss der drahtlosen Telegrafie ein außerordentlicher sein. Liebespaare und Ehepaare werden nie voneinander getrennt sein, selbst wenn sie hunderte und tausende Meilen voneinander entfernt sind. Sie werden sich immer sehen, immer sprechen. Kurzum, es wird die Glückszeit der Liebe angebrochen sein und die des Strohwitwertums vernichtet. Denn künftig hin wird sich die leibliche Gattin stets davon überzeugen können, was ihr Herr Gemahl treibt. Aber auch der Herr Gemahl wird ganz genau wissen, wie und ob seine Gattin nur an ihn denkt. Auch der Krieg wird wesentlich durch das drahtlose Zeitalter modifiziert. Das Durchschneiden der Kabel und das Zerstören der telegrafischen Leitungen wird in den Bewegungen der Heere keine Verzögerungen herbeiführen. Es wird keine falsch verstandenen Befehle mehr geben und der Oberbefehlshaber wird nicht erst darauf warten müssen, dass man ihm berichtet, wo der Gang der Schlacht ist, sondern er wird das ganze Schlachtfeld selbst übersehen. Und nicht das eine Schlachtfeld allein, sondern das ganze Land, in welchem die kriegerischen Operationen Vorsicht gehen. Er wird sogar imstande sein, nach seinem Willen nicht nur die große Ameekrolonne in Bewegung zu setzen, sondern auch die kleinen Abteilungen. Sein Feldherrenblick allein wird entscheiden, denn er in seinem Zimmer oder in seiner Baracke wird alles sehen, die Bewegungen seiner Armeen sowie die der feindlichen Heereshaufen. Die Berichterstattung wird natürlich auf außerordentlicher Höhe stehen, denn jedes, selbst das allerkleinste Blättchen, ja jeder Abonnent desselben, wird sich den Luxus erlauben können, von seinem Zimmer aus den Kriegsereignissen beizuwohnen und alle Details derselben zu sehen. Kurz, alle diese Wunder der drahtlosen Telegrafie werden das kommende Zeitalter zu einem Großartigen, Unglaublichen machen. Unglaublich? Nicht doch. Wir haben ja ebenso große Wunder auch schon erlebt. Noch vor 30 Jahren gab es kein elektrisches Licht, kein Telefon, kein Grammophon und noch keinen Phonografen. Die großen Wunder haben wir jetzt geschaffen und was ich geschildert habe, ist nichts als die allgemeine Nutzanwendung derselben. Das ist nur das, was ganz bestimmt kommen wird und zum Teil schon da ist. Doch es liegen noch ganz andere Möglichkeiten vor. Es ist möglich, dass der Landmann sechs bis zehnfach so große Früchte züchten wird als jetzt. Es ist wahrscheinlich, dass er statt einer und zweier ernten, sechs bis zehnmal im Jahr die Früchte nach Hause bringen wird. Es ist möglich, dass ein Arzt eine ganze von einer solche heimgesuchte Stadt auf einmal dadurch heilen wird, dass er eine elektrische Zyklonwelle drahtloser Energie über sie wird fluten lassen. Der Wetterprophet wird nicht mehr das Wetter ansagen, sondern das Wetter machen. Sonnenschein und Regen werden nur von dem Willen der Menschen abhängen. Überall auf Erden wird man den Winter und jeden Sturm durch elektrische Wärmewellen vertreiben, die den ewigen Frühling über das Land breiten werden. Und ein neuer Marconi wird vielleicht mit den Bewohnern des Mars sich verbinden und wird die Geheimnisse der fremden Welten dadurch offenbaren. Ende von Das drahtlose Jahrhundert Spachtelstores von Dietrich Theden Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Polizeisenator Lachmann blickte etwas ungeduldig nach der Tür, durch die jeden Augenblick der Kriminalkommissar Wolf, den er zu sich beordert hatte, eintreten musste. Während er mit den Fingern der einen Hand auf der Lehne seines Sessels trommelte, ruhte die andere auf einem offenen, eben erst wiederholt aufmerksam gelesenen Briefe, der zuoberst auf dem Aktenstoße lag. Endlich, murmelte der Polizeichef, als Wolf nach kurzen Pochen die Tür öffnete und auf dem dicken Teppich, der durch das ganze Zimmer gelegt war, sich lautlos dem Chef näherte. »Herr Senator, haben befohlen?« »Eine wichtige und, wie es scheint, dringende Sache, Wolf, denn eine Reihe von Tagen ist bereits unnützverflossen und damit dem Diebe ein bedauerlicher Vorsprung gegeben.« »Das ist richtig,« stimmte Wolf bei. »Wieso? Wissen Sie, um was es sich handelt, noch ehe ich davon gesprochen habe?« »Es ist nicht schwer zu erraten, Herr Senator. In der Garten- und Teppichfabrik von Johann Heinrich Behrendt und Sohn in Neuenfelde in Holstein ist ein schwerer Kassendiebstahl begangen worden. Der Bruder des Herrn Senator stehen mit Behrendt und Sohn in enger Geschäftsverbindung. Da ist es wohl natürlich, dass die Firma sich ihrer Hamburger Freunde erinnert und deren Vermittlung anruft. »Jawohl, natürlich. Aber die Tatsache, woher kennen Sie die?« Ein feines Lächeln zog über das hagere Gesicht des Kommissars. »Bitte, Herr Senator.« Er überreichte dem Chef ein Zeitungsblatt. »A, des Langen und Breiten beschrieben. Schön, natürlich. Diesen Zeitungsreportern entgeht so wenig etwas wie der Polizei. Ich werde es durchfliegen. Hier, lesen Sie inzwischen den authentischen Bericht, den mir Herr Behrendt Senior brieflich abstattet. Nehmen Sie Platz. Und dann, bald entschlossen.« Wolf ließ sich in den angebotenen Sessel nieder und las. »Verehrter Freund, ich hatte noch vor wenigen Wochen das Vergnügen, Sie, Herr Senator, im Hause Ihres Herrn Bruders zu begrüßen und mich von Ihrer unverändert freundschaftlichen Gesinnung gegen mich zu überzeugen. Wenn wir damals heitere gemeinsame Jugenderinnerungen austauschten und freundliche Bilder für die Zukunft ausmalen konnten, so befinde ich mich dazu heute in einem betrübenden Gegensatz und sehe mich gezwungen, Sie nicht als Freund, sondern in Ihrer Eigenschaft als Polizeiherr in Anspruch zu nehmen. Möchte ich dem Freunde gegenüber manches vertrauliche Wort einfließen lassen, so beschränke ich mich für die Orientierung des Beamten doch auf einen knappen Bericht und auf die Bitte, durch Entsendung eines tüchtigen Kriminalisten zur Klarstellung des mich sehr erregenden Vorfalles beitragen zu wollen. So kurz wie möglich. Am Sonntag, dem 18. Juni, ist in meinem Geschäftshause ein frecher Einbruchsdiebstahl verübt worden und den Tätern sind nicht weniger als 58.000 Mark in die Hände gefallen. Da wir in einem kleinen Orte leben, müssen wir der Wohltat entbehren, jeden Abend unser Geld zur Bank zu tragen und selbst für dessen Sicherheit besorgt zu sein. Dennoch habe ich es bisher fast immer zu vermeiden gewusst, dass sich mehr anhäufte, als für den Lauf einer Woche vermutlich nötig war, 10, höchstens einmal 15.000 Mark. Am Sonnabend, dem 17. wurden ausnahmsweise große Zahlungen in unserem Büro gemacht, statt wie üblich an unsere Bank in Hamburg. Die Veranlassung dazu boten eine Reihe neuer Fabrikate, zu deren Besichtigung und eventueller Vorbestellung einer Anzahl Vertreter unserer Geschäftsfreunde eingetroffen war, die bei dieser Gelegenheit zugleich den Abschluss laufender größerer Rechnungen herbeiführten. Die sämtlichen Herren reisten am Sonnabendabend wieder ab und noch am Sonntagmittag überzeugte ich mich mit meinem Prokuristen, dass der Kassenbestand vollkommen richtig war. Wann dann der Diebstahl begangen worden, ob am Sonntagnachmittag oder in der Nacht zum Montag, das festzustellen, war ich nicht imstande. Aber als ich Montagfrüh ins Büro kam, fand ich alles in größter Aufregung im Kassenzimmer versammelt. Die Fenster waren, die Scheiben mit Seife beschmiert, von außen eingedrückt worden, die Scherben lagen rund umher. Der Kassenschrank war von der Wand abgerückt und an der Rückseite erbrochen worden. Alles Gold- und Papiergeld in dem angegebenen Betrage fehlte, während die Wechseltasche unberührt zurückgelassen war. Mein Prokurist behielt, wie so oft im Kritischen, lagen den Kopf klar und veranlasste, dass sofort die amtliche Feststellung durch den Ortsgendarmen sowie die behördliche Anzeige erfolgte. Er betrieb dann die Nachforschung in Gemeinschaft mit einem aus Kiel erbetenen Kriminalbeamten, mit Umsicht und aller Energie, aber bisher ohne jeden Erfolg. Dass von den Vertretern der befreundeten Häuser niemand an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein konnte, hatte ich von vornherein als selbstverständlich angenommen. Die dennoch nach dieser Richtung hin angestellten Nachforschungen haben überzeugend, das Alibi sämtlicher Herren nachgewiesen. Weitere Fremde aber waren bei den Einzahlungen nicht zu gehen. So bleibt keine andere Annahme übrig, als die bedauerlichste von allen, dass ein Angehöriger meines Hauses sich des beispiellosen Vertrauensbruches schuldig gemacht hat. Den Pekuniärenverlust konnte ich verschmerzen. Aber ich stehe zu meinen Angestellten in einem solchen Verhältnis, dass der Gedanke, unter ihnen den Dieb suchen zu müssen, mich geradezu trostlos stimmt. Noch ist es ja nicht erwiesen, und noch kann ich hoffen, dass fremde Hände den Frevel begingen. Ich wünsche aus tiefstem Herzen, dass es so wäre. Auf dem bisherigen Wege kommen wir indes nicht zum Ziel. Können Sie mir einen Beamten zuweisen, so bitte ich herzlich darum. Und um die besondere Güte mir, wenn Sie es angezeigt halten, auf telegrafischem Wege Nachricht zu geben, wann und wen Sie senden. Genehmigen Sie, Herr Senator, die Versicherung alter freundschaftlicher Gesinnung. Ihr Johann Heinrich Behrendt Nachschrift Nur der Vollständigkeit halber, nicht weil ich glaube, es könnte von Bedeutung sein, erwähne ich noch, dass es die Diebe nicht verschmäht haben, ein in meinem Arbeitszimmer liegendes, umfangreiches Paket mit Spachtelstorz ebenfalls mitzunehmen. J. H. B. Der Kommissar ließ das Schriftstück sinken und schien in Gedanken vertieft. Dann richtete er das kalte graue Auge auf den Vorgesetzten und fragte geschäftsmäßig, Herr Senator wollen mir einige Fragen gestatten? Der Angeredete nickte zustimmend. Herr Behrendt ist ein Jugendfreund des Herrn Senators? Zuerst Schulgenosse, dann bester und zuverlässigster Freund. Darf ich wissen, was mit den freundlichen Zukunftsbildern gemeint ist, von denen der Brief spricht? Der Senator schwieg einen Augenblick, dann entgegnete er. »Unbedenklich. Ich kenne Sie so lange und vertraue Ihnen so vollkommen, dass ich Ihrer Diskretion sicher bin. Sie wissen, ich besitze eine Tochter. Es würde in den gegenseitigen Wünschen der Eltern liegen, wenn mein Kind unter der Sohn meines Freundes sich vor dem Altare die Hände reichen wollten.« Ich danke, Herr Senator. Der briefliche Bericht ist erschöpfender als der der Zeitung, vielleicht auch authentischer. Nur eine Abweichung fällt mir auf. Der Berichterstatter des Blattes will den oder die Täter nicht unter den Angestellten des Hauses suchen, sondern vertritt die bestimmte Ansicht, dass selbst unter den Fabrikarbeitern des Hauses keiner des Verbrechens fähig wäre, also dieses unbedingt von einem fernstehenden, vielleicht internationalen Gaunern ins Werk gesetzt sein müsste. Ich weiß zur Stunde nicht, wer im Rechte ist. Die Verschiedenheit der Ansichten verweist aber die Nachforschung nach zwei verschiedenen Seiten. Senator Lachmann nickte zustimmend. »Habe ich Urlaub?«, fragte der Kommissar. »Unbegrenzt.« »Werden Herr Senator dem Herrn Behrendt antworten?« »Sofort.« »Ich erlaube mir die bitte, dass dies nicht telegrafisch geschehen möge.« »Gut. Brieflich. Diktieren Sie selbst die amtliche Benachrichtigung. Ich füge einen Privatbrief bei.« Der Kommissar nahm das Schreiben Behrendts und die Zeitung an sich und verentfernte sich. Nach einer Viertelstunde unterbreitete er dem Vorgesetzten das Schriftstück zur Unterzeichnung. Halblaut las es der Senator durch. »Hein Johann Heinrich Behrendt Senior, Neuenfelde-Holstein. Erwürdige Wohlgeboren. Werden hiermit ergebens benachrichtigt, dass ich zur Verfolgung des bei ihnen verübten Kasseneinbruches den Kriminalkommissar Wolf I beurlaubt habe. Leider ist der Kriminalkommissar noch mit der Ausforschung eines anderweitigen Verbrechens beschäftigt und für wenige Tage hier unabkömmlich. In spätestens vier Tagen jedoch wird derselbe sich zu ihnen begeben und seine Tätigkeit, die hoffentlich von Erfolg begleitet sein wird, sofort aufnehmen. Da sie bis dahin ihre Nachforschungen nicht ruhen lassen werden, erscheint die kurze Verzögerung nicht von großer Bedeutung, zumal die seit dem Einbruche bis jetzt bereits verflossene Zeit dem Diebe ohnehin Gelegenheit gegeben haben dürfte, sich selbst und seinen Raub einstweilen in Sicherheit zu bringen. Der Kommissar ist beauftragt, sich sofort bei seiner Ankunft bei ihnen persönlich zu melden. Der Polizeidirektor. Senator Lachmann konnte ein leichtes Lächeln nicht unterdrücken. Heute ist Freitag, hm? Danach werden Sie am Montag frühestens erwartet, hm? Dann unterzeichnete er. Wann reisen Sie? In einer Stunde, Herr Senator. Wann sind Sie in Neuenfelde? Heute Abend. Dem 10-Uhr-Abendzuge entstieg in Neuenfelde nur ein einziger Passagier, ein mit moderner Eleganz gekleideter Herr von guter militärischer Haltung, mit einem hageren, scharf geschnittenen Gesicht und kühl blickenden grauen Augen. Er überschritt den Bahndamm und wandte sich nach dem wenigen Minuten vom Bahnhof entfernten Gasthof zur Weintraube. Mit selbstbewusstem, aber auch verbindlichen Lächeln überreichte er dem Wirte einen Gepäckschein und zugleich seine Visitenkarte. Den kleinen Koffer lassen Sie wohl so rechtzeitig holen, dass er um 8 früh zu meiner Verfügung ist. Auf der Visitenkarte stand tadellos gestochen, Georg Engel, Generalvertreter der Firma Harry S. Eigerzen, London, Berlin. Nach Einnahme eines einfachen Abendessens lud er den Wirt zu sich an den Tisch und entfaltete bei einer Flasche Mosel eine solche Liebenswürdigkeit, dass einige Bauern, die bis dahin Karten gespielt hatten, sich nach Beendigung ihres Spieles gern bewegen ließen, ebenfalls an dem Tische Platz zu nehmen. Wenn es erlaubt ist, ich habe gestern eine Verlobung mitgefeiert und bin noch etwas in Feststimmung. Also wenn es erlaubt ist, lade ich sie freundlich ein, noch ein Glas von diesem guten Mosel mit mir zu trinken. Der Wirt brachte Gläser und ein paar neue Flaschen, und die Unterhaltung wurde bald umso animierter, als der liebenswürdige Fremde ein Bonbon nach dem anderen zum Besten gab und dabei auch nicht vergaß, fleißig seiner Gesellschaft zuzutrinken und für neuen Vorrat stets rechtzeitig und unauffällig zu sorgen. Er erwies sich als ein überaus glänzender Gesellschafter, dabei frei von jeder Aufdringlichkeit und Renomisterei, und der sprudelnde Humor und seine Freigiebigkeit schienen lediglich zu seiner heiteren Natur zu gehören. Nur einmal wurde er aber doch ernst und seine Zuhörer gleich ihm, weil er ein Thema angeschlagen hatte, das auch ihr lebhaftes Interesse berührte. Er hatte von einem lustigen Gaunerstreich berichtet, der ihm aus irgendeiner Zeitung im Gedächtnis geblieben sein sollte, und kam dadurch plötzlich auf das Verbrechen zu sprechen, dessen Schauplatz Neunfelde gewesen und das dort noch immer die Gemüter in Aufregung hielt. Ja, apropos, meine Herren, wen's nicht trifft, der hat ja freilich gut Lachen, aber für den, den's angeht, ist's doch oft scheußlich fatal. Ich erinnere mich da... Aber nein, verzeihen Sie, ich brauche ja gar nicht so weit zu suchen. Ihren Herrn Behren zum Beispiel bedauere ich von Herzen. Schafft und schafft da mühselig Tag aus Tag ein und muss dann sehen, wie ein heruntergekommenes Individuum sein Eigentum mit kühnem Handstreichen nimmt und damit in die Ferne geht, Gott weiß wohin. Also ich bedauere diesen Herrn von Herzen. Die Spur des Diebes hat man wohl noch immer nicht gefunden? Die Frage wurde liebhaft verneint. Ja, diese Halunken. Wissen Sie, meine Herren, ich sehe ja Neunfelde zum ersten Male und kenne hier keinen Menschen, kann also auch niemanden beleidigen, aber um Vergebung. Glauben Sie, ich werde den Verdacht los, dass jemand aus der Fabrik selbst die Hand im Spiele hat? Mich geht ja die ganze Affäre nichts an, aber man macht sich doch seine Gedanken und man zieht seine Schlüsse. Und am Ende, ich kann's Ihnen ja sagen, ganz ohne Interesse bin ich auch nicht. Ich möchte im Auftrage unseres Londoner Stammhauses morgen mit den Herren Behrendt und Sohn in geschäftliche Verbindung treten. Da muss man doch wissen, mit welchem Hause man zu tun hat. Wir bestellen keine Bagatelle, große Posten, aber das interessiert Sie nicht. Ich meine nur, mich berührt in gewissem Sinne dieses Verbrechen ebenfalls, insofern es für mich die Frage aufwirft, ob der bedeutende Verlust nicht etwa die Leistungsfähigkeit der Firma dauernd schädigt und vielleicht, bitte beachten Sie, ich sage nur vielleicht, die rechtzeitige Erfüllung von Lieferungsverträgen in Frage stellt. Über die Gesichter der Zuhörer flog ein überlegenes Lächeln und der Wirt übernahm die Verdolmetschung dasselbe. Sie kennen Behrendt nicht. Der alte Behrendt ist reicher als mancher stolze Kaufmann in Hamburg oder Bremen. Das verlorene Geld ist ja ein Kapital für unser einen, aber für ihn ist's doch nur eine Handvoll. Ich glaube auch, der Verlust schmerzt ihn weniger, als dass das in seinem Geschäfte überhaupt vorkommen konnte und dass er noch immer nicht genau weiß, ob nicht doch jemand von seinen eigenen Leuten dabei beteiligt war. Ja, verzeihen Sie, meine Herren, ich habe ja schon gesagt, ich bin Fremdtier und kenne die Verhältnisse nicht, konnte mir also ein Urteil nicht erlauben. Ah, so sicher steht die Firma, das freut mich wirklich. Wie viele Leute beschäftigt denn das Haus? Der Wirt machte wieder den Sprecher. Na so, gegen 500 werden's wohl sein, entgegnete er. Und die sind alle zuverlässig? Der Wirt, Arp mit Namen, zuckte jetzt die Achseln. Wissen kann man's nicht, und gut sagen möchte ich natürlich nicht gerade. Die Herrschaften verkehren wohl auch hier bei Ihnen? Die Büroherren sehr oft, sind auch heute da, auf der Kegelbahn. Das heißt nicht alle. Zehn oder zwölf, nur der Prokurist kommt nicht. Nie? Arp tickte mit dem Zeigefinger leicht an die Stirn und lächelte. Ein bisschen eingebildet, fügte er erklärend hinzu. Er ist auch oft nicht hier, wenigstens sonntags nicht. Kiel ist ja nicht weit, und da mag ihn wohl etwas Besonderes anziehen. Er sollte auch lieber hierbleiben und auf das Geschäft Obacht geben, meinte Engel. Wäre er an dem verhängnisvollen Sonntag dageblieben und hätte auf die Kasse geachtet, wer kann's wissen, ob nicht das Unheil verhütet worden wäre. Oh, da irren Sie. Da trifft Ihnen keine Schuld, denn gerade diesen Sonntag musste er auf seine Kieler Freunde verzichten, weil der alte Behrendt ihn mit Beschlag belegt hatte. Sie sollen die Abschlüsse vom Tage vorher nachgerechnet und die Arbeit verteilt haben und was noch. Selbst die Kasse haben Sie mittags noch in Ordnung gefunden. So, so? Na, ich wollte Herrn. Wie hieß der Herr? Joritz. Bernhard Joritz. Also, Herrn Joritz kein Unrecht tun. Joritz, ist das ein hiesiger Name? Klingt etwas fremdartig. Esther auch, bestätigte Ab. Behrendt hat seinen jetzigen ersten Beamten vor, es mag ein Jahrer 20 her sein, als 15-jährigen Buben von der Straße aufgelesen. Woher er kam? Na, der alte Behrendt wird's wohl wissen. Aus der Auskunft klang Voreingenommenheit, die Engel aufhorchen ließ. Was? Rief er lebhaft. Und der damals 15-jährige Bengel hat so ein Glück gehabt, bis zum Prokuristen aufzurücken? Er soll sich tüchtig in die Branche eingearbeitet haben, gab der Wirt zurückhaltend zu. Na, das fehlte auch noch, wenn nicht einmal das wäre. Früher kümmerte sich Behrendt selbst um alles. Jetzt ist er alt geworden und Joritz herrscht fast selbstständig. Nun, und der Sohn? Behrendt Junior? Ja, wenn der hier wäre. Aber der ist noch in Holland oder Frankreich. Der soll erst das Ausland kennenlernen. Er ist schon sechs Jahre fort. Aber nächstens kommt er doch wieder, in zwei Monaten, heißt es. Recht, so meine Herren, und Behrendt Senior hat recht. Die Welt muss der Junge kennenlernen und was anderes schaffen, nachher versteht er selbst auch was Rechtes. Aber auf diesen Prokuristen bin ich jetzt fast neugierig. Na, werde ja morgen das Vergnügen haben. Jetzt aber, meine Herren, darf ich sagen, auf Wiedersehen morgen Abend, fragte er verbindlich. Ein paar Tage werde ich wohl bleiben müssen, und es wird mir eine Freude sein, den Kreis wieder vollzählig zu finden. Er zahlte, und der Wirt selbst geleitete ihn auf sein Zimmer. Ein Diener in schlichter grauer Livree nahm Georg Engel am nächsten Vormittag die Karte ab und überbrachte sie dem Chef des Hauses Johann Heinrich Behrendt und Sohn. Behrendt Senior bediente sich eines Klemmers, las und legte das Glas sorgsam wieder hin, während er die Karte dem Diener zurückgab. Führen Sie den Herrn zu Herrn Juritz, Franz, entschied er. Ich werde froh sein, wenn mein Sohn zurück ist. Seit dieser Geschichte bin ich ganz nervös und mag niemanden sehen. Wie er Behrendt befehlen. Franz warf seinem Herrn noch einen besorgten Blick zu, dann ging er. Bernhard Juritz Zimmer lag neben dem des Chefs, nach der anderen Seite durch eine Tür mit dem Kassenzimmer verbunden. Der Prokurist saß in einem bequemen Sessel und strich sich, als der Diener die Karte überreichte, mit der Hand über die Stirn, als müsse er sich aus tiefen Gedanken erst auf die Wirklichkeit und den nüchternen alltäglichen Vorgang besinnen. Detlefsen soll kommen. Als dieser eintrat, ist der Herr hier angemeldet? Er las den Namen und die Firma laut vor. Nein, Herr Juritz. Danke. Er winkte entlastend mit der Hand. Herr Behrendt hat ihn an Sie verwiesen, bemerkte der Diener. Hm, soll eintreten. Er kramte in einem Stoß von Briefen, erhob sich aber doch, als Engel sich ihm mit vornehmer Haltung näherte und ihn so durch die eigene bestimmte Höflichkeit zur Erwiderung derselben nötigte. Höflichkeit war sonst Juritzsache nicht. Er liebte es, eine gewisse Schroffheit hervorzukehrende und Angestellte wie Reisende von jeder Vertraulichkeit fernzuhalten. Ich kann Ihnen dienen, Engel erklärte ihm, nachdem beide Platz genommen kurz den Zweck seiner Reise. Die Londoner Stammfirma wolle in Kürze in Berlin eine Filiale errichten, deren Leitung in seine Hände gelegt werden solle. Um dem deutschen Nationalgefühl Rechnung zu tragen, wollte das Berliner Haus neben dem Fremdländischen auch das einheimische Fabrikat der Teppich- und Gardinenbranche führen, von dem es sich zudem auch ein gutes Geschäft verspreche. Seine des Vertreters Aufgabe bestände nun darin, die geeigneten Fabriken auszusuchen und die eventuellen Lieferungen abzuschließen. Die Firma Bärin und Sohn erfreue sich eines so guten Rufes, dass deren Heranziehung nicht zu umgehen sei, und so sei er denn gekommen, sich die Einrichtungen der Fabrik sowie ihre Erzeugnisse anzusehen und im gegebenen Falle die Verhandlungen einzuleiten. Während Engel sprach, hatte Juritz ein Papiermesser zur Hand genommen, das er mechanisch durch die Finger gleiten ließ. Die grauen Augen Engels ruhten scharf auf seinen Gegenüber, und der Eindruck seiner Beobachtungen war ein dem Prokuristen wenig günstiger. Das scharf geschnittene Gesicht Juritz deutete auf Energie, aber aus dem unbeweglichen vor sich hinstarren und dem sinnlosen Spielen mit dem wahllos ergriffenen Gegenstande war eine Erschlaffung zu erkennen. Die niedrige Stirn und der breite, immer etwas geöffnete Mund schienen auf sinnliche Begierden zu weisen und die dunklen Ringe um die Augen diese zu bestätigen. Als Engel geendet, wandte sich der Prokurist ihm zu, und das Ausdrucklose in seinen Augen schien etwas zu weichen. Ihr Bedarf würde vermutlich ein bedeutender sein, fragte Juritz. 100 bis 150 Mille. Hm, Sie werden entschuldbar finden, wenn wir bei einem so großen Betrage Erkundigungen nach der Sicherheit einziehen? Selbstredend, die Deutsche Bank in Hamburg, die mit unserem Londoner Haus in Verbindung steht, wird Ihnen jede Auskunft erteilen. Außerdem stehen wir mit allen Verbindungen im Barverkehr. Der Prokurist machte sich ruhig einige Notizen. Selbst in den bedeutendsten Welthäusern würde die Aussicht auf einen Auftrag in solcher Höhe lebhaftes Interesse und größere Aufmerksamkeit hervorgerufen haben. Juritz dagegen blieb vollkommen kalt und Engel zog daraus den naheliegenden Schluss, dass die Interessen des Prokuristen an einem anderen Punkte wurzeln, vielleicht sogar von denen des Geschäfts abweichen müssten. Ich bin Ihnen verbunden, Herr Engel, dass Sie unser Haus mit Ihrem Besuche beehren. Sie dürfen die Einigung vorausgesetzt der reellsten Bedienung sicher sein. Ich darf vermuten, dass Sie sich ein paar Tage hier aufhalten werden. Danke. Vielleicht beehren Sie uns morgen um diese Zeit wieder? Ich will meinen Chefvortrag halten und Ihnen um Vergünstigung bitten, Sie selbst führen zu dürfen. In später Nachmittagsstunde fuhr die behrendsche Equipage mit Herrn Juritz und noch einem zweiten Herrn an der Weintraube vorüber. Ah, der Geheime, rief ab, der gerade am Fenster stand, Engel, zu. Welcher Geheime? fragte der Reisende zurück. Na, der aus Kiel, der Kriminalpolizist, mit Herrn Juritz. Eine Spazierfahrt? Wahrscheinlich. Vielleicht sind Sie auf einer neuen Fährte. Sie machen seit einer Woche alle Dörfer der Gegend unsicher. Ja, die Ortsvorsteher überwachen jeden Mann, der zu ihren Gemeinden gehört oder in diesen aus- und eingeht. Hm, sehr bequem für Herrn Juritz und seinen Begleiter, sagte Engel etwas spöttisch. Ich will noch einen kleinen Gang besorgen, fügte er dann hinzu und entfernte sich, um sich direkt nach der behrendschen Fabrik zu begeben. Nachdem er erfahren, dass der Chef noch zugegen sei, ließ er sich sofort nochmals bei diesem melden und wurde bereitwillig angenommen. Behrends Senior erhob sich bei seinem Eintritt und deutete nach der Begrüßung einladend auf einen Sessel, der dicht neben dem großen, aber einfachen Schreibtisch stand. Mein Prokurist hat mich unterrichtet, welche ehrenvolle Verbindung Sie eventuell mit uns einzugehen gedenken. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen mein Dank sage und mich zu weitestem Entgegenkommen bereit erkläre. In der Sprechweise und im Wesen des alten Herrn lag eine so ruhige Würde, dass sich der Besucher aufs Angenehmste berührt fühlte. Während Senior war wohl keine imponierende Manneserscheinung, wie Engel ihn als Leiter des großen Unternehmens und als Selfmade Man sich vorgestellt haben mochte. Aber auf der hohen Stirn und in den klaren Augen des schmächtigen Mannes lag ein Ausdruck hoher Intelligenz, der den großen Erfolg, den der Fabrikherr in seinem arbeitsreichen Leben zu verzeichnen hatte, begreiflich machte. Ich bitte um Erlaubnis, das Geschäftliche zu vermeiden, entgegnete Engel. Was mich zu Ihnen führt, ist der Wunsch, Ihnen mein aufrichtiges Bedauern über den Vorfall auszusprechen, der sich in Ihrer Fabrik jüngst ereignet hat. Ich war in den letzten Wochen viel auf Reisen, auch in Paris, wo ein Zufall mich mit dem Inhaber der Hamburger Firma Lachmann & Co. zusammenführte, der mir viel von Ihnen und Ihrem Geschäft erzählte, von dem fatalen Diebstahl aber wohl selbst noch nichts wusste. So habe ich erst hier davon erfahren und darf nun meiner Anteilnahme Ausdruck geben. Berend gab ihm die Hand. Danke. Danke, ja, der Vorfall hat mich sehr hart getroffen. Und er ist mir noch immer ein Rätsel. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich's wünschen soll, bleibt erst für immer. Also Lachmann trafen Sie an der Seine. Ich bin mit ihm von Jugend auf befreundet und habe jetzt seinen Bruder, der an der Spitze der Hamburger Polizeiverwaltung steht, um Hersendung eines gewiegten Beamten gebeten, damit wenigstens das Mögliche zur Aufklärung getan werde. Leider kann der Beamte erst am Montag oder Dienstag hier eintreffen, also vergehen wieder Tage ohne Resultat. Berend schüttelte den ergrauten Kopf. Der Vorfall bedrückte ihn sichtlich bis zur Pein. Fast etwas Hilfloses lag plötzlich in seinem Wesen. Ich weiß, der Bruder ist Senator. Ich kenne die Familie seit Jahren durch unser Londoner Haus. Die Tochter des Herrn Senators, ich glaube, es ist das einzige Kind, lernte ich vor zwei Jahren auf Helgoland kennen. Ein Mädchen von großer Schönheit und kristallklarem Charakter. Sie zählt heute etwa 19 Jahre. Berends Gesicht verklärte ein schönes Lächeln. Ja, ja, sagte er dann. Hedwig Lachmann ist ein liebes Kind, rein und goldtreu. Wohl eine Viertelstunde blieb Berend bei dem Gespräch über die Familie des Freundes und Engel, der sich merkwürdig gut unterrichtet erwies, gewann rasch sein Zutrauen und wusste so geschickt auf den Einbruch zurückzukommen, dass er den alten Herrn, der sich jetzt rückhaltlos gab, förmlich einem Verhör zu unterziehen vermochte. Und auf keinen Menschen haben Sie einen Verdacht? fragte er. Wie sollte ich? Von meinen Angestellten war, ich glaube es fest, keiner beteiligt. Auch der Kieler Beamte ist dieser Ansicht. Ich habe sie von vornherein vertreten, auch mein Prokurist. Trotzdem hat Juritz auch nach dieser Richtung Nachforschung angestellt, schonend, aber unermüdlich. Kein Resultat. Oder doch eins, das Erfreuliche, die Bestätigung, dass wir mit unserem Vertrauen im Rechten waren. Das ist in der Tat erfreulich. Hat sich denn ein Verdacht nach außen ergeben? Nicht der geringste. Und die Diebe haben nichts hinterlassen, was sie verraten könnte? Nein, nichts. Ah, das scheint ja fast für professionelle Arbeit zu sprechen. Mit Verlaub, Herr Behrend, der Fall erregt mein Interesse. Kann ich vielleicht den Kassenschrank sehen, ich meine den aufgebrochenen? Behrend erhob sich sofort und betrat mit dem Gaste das Kassenzimmer. Alle Büroräume waren bereits leer, nur Franz war noch in einem Vorzimmer zugegen. Der Kassenschrank stand noch vor der Wand gerückt. Die Rückseite war buchstäblich zerrissen. Engel erkannte sofort, dass mit der Stichflamme und einer starken Hebelzange gearbeitet worden sein musste. Eines fiel ihm auf. Von beiden, für das Geld bestimmten, oben angebrachten, noch unter besonderem Verschluss stehenden Fächer war nur das eine aufgebrochen. Hatte der Dieb gewusst, dass in diesem das wahre Geld aufgestapelt war, oder hatte er, als er den reichen Fund an dieser Stelle entdeckte, seine Mühe damit als genügend belohnt angesehen? Engel war so tief in Schauen und Nachdenken verloren, dass der Fabrikherr seine Bitte, das unerquickliche Thema jetzt ruhen zu lassen, wiederholen musste. Es wird Ihnen gehen wie mir, sagte Behrendt lächelnd. Ich hatte so etwas nie gesehen und war beim ersten Anblick wie gebannt. Aber jetzt kommen Sie und erweisen Sie mir die Ehre, das Abendbrot bei mir einzunehmen. Auch meiner Frau wird es angenehm sein, wenn ich ihr einen liebenswürdigen Gast mitbringe. In dem großen Salon herrschte eine warme Behaglichkeit. Immer wieder streiften Engels Blicke die prachtvollen Stores vor den hohen Fenstern. Dieses Spachtel Stores, sagte er endlich, sind das Schönste, was ich bisher gesehen. Eine wundervolle Zeichnung und ein Material und eine Arbeit. Ich kann Ihnen nur gratulieren, wenn das eigenes Erzeugnis ist. Das ist es freilich und der Stolz meines guten Juritz. Das Muster ist für den russischen Fürsten Pekalov hergestellt und nicht in Vertrieb gekommen. Anstelle des Monogramms hier in der Mitte, mein eigenes, war das des Fürsten mit der Krone. Von den Originalstücken hatte ich mit Erlaubnis des Fürsten zwei behalten, die ich vielleicht gelegentlich einmal auszustellen gedachte. Und die sind auch ein Opfer des Einbrechers geworden. Ein kunstfreundlicher Herr, wie? Die Besichtigung der Fabrik am Montagfrüh dehnte sich auf knapp eine Stunde aus. Juritz führte gut und erklärte gewandt. Engel verhielt sich schweigend. Hin und wieder nur ein einsilbiges Wort oder ein Kopfnicken. Er verabschiedete sich von dem Prokuristen, der noch in der Fabrik zu tun hatte, und ließ sich bei dem Chef melden. Der Berend Besuch hatte, musste er in einem Vorzimmer warten. Auf einem der Tische lag ein Album, in dem er zu blättern und bald eifrig zu suchen begann. Der starke Band mochte an die 500 Fotografien enthalten, die sämtlichen, wie Engel bald erkannte, Angestellten der Firma. Alle Bilder in Visit-Format, je zwölf auf einer Seite. Hastig blätterte Engel nach vorne. Richtig, zuerst das Bild des Chefs in Royal-Format, allein. Aber dann nicht Juritz, sondern ein gleichgültiges Gesicht, jedenfalls eines älteren Angestellten. Ah, nach dem Dienstalter geordnet. Engel schlug ein drittes Blatt um. Richtig, in der ersten Reihe Juritz charakteristischer Kopf. Mit raschen Griffe entfernte Engel das Bild und steckte es zu sich. Er rief den Diener. Ich werde Herrn Berend doch nur störend kommen. Bitte melden Sie ihm meinen Besuch auf morgen an. Er ging und wandte sich nach dem Bahnhof. Zweiter Kiel zurück. Gegen Mittag war er dort und begab sich sofort nach dem Polizeiamt. Nach kurzer Einleitung und Überreichung seiner Karte erklärte er, ich bin ein Freund des Hauses Berend und Sohn und möchte mich aus freundschaftlichem Interesse an den Nachforschungen nach dem Urheber des noch unaufgeklärten Verbrechens beteiligen. Ich glaube, eine bestimmte Spur zu haben und bitte um amtliche Unterstützung. Täusche ich mich in meinem Verdachte, so bleibt die Sache verschwiegen. Täusche ich mich nicht, so wird auch die Polizei mir dankbar sein. Also was ich erfahren habe, ist dies. Einer der Angestellten des Hauses Berend, sein Name mag einstweil nicht genannt werden, ist häufig von Neuenfeldern abwesend und dann, wie es heißt, zum Vergnügen in Kiel. Er fährt sonnabends abends ab und kehrt sonntags abends oder montags in der Frühe zurück. Aus Andeutungen von Neuenfelder Angesessenen glaube ich, den Verdacht entnehmen zu sollen, dass der Herr hier ein flottes Leben führt und hierüber Gewissheit zu erlangen, ist der nächste Zweck meiner Fahrt hierher. Er zog ein Porte Föh. Hier ist ein Bild des Herrn. Ich bitte, es sogleich zirkulieren zu lassen, ob einer ihrer Beamten sich erinnert, den Mann hier gesehen zu haben. Und wenn, wo? Das Bild wanderte von Hand zu Hand, von einem Zimmer ins andere, bis einer der Schutzleute erklärte, er glaube, den Herrn kürzlich, vor zwei, vielleicht auch drei Sonntagen, im Etablissement Vried, wo er häufig stationiert sei, gesehen zu haben, in Begleitung einer Dame. War Ihnen die Dame bekannt? fragte Engel. Nein. Keine sogenannte Lebedame? Anscheinend nicht, sehr elegant zwar, aber nicht auffällig. Engel begab sich in Begleitung eines Beamten zu Vried. Und wieder wanderte das Bild umher, nicht lange diesmal. Ein Kellner erkannte den Herrn bestimmt und wusste auch den Namen der Dame. Lore Düfken. Er hatte sie oft Lore anreden hören und dann bei einer Vorstellung auch einmal den Zunahmen erfahren, der ihm umso sicherer im Gedächtnis geblieben war, als er mit seinem eigenen, Düfke, Ähnlichkeit hatte. Machte der Herr sich durch große Ausgaben bemerkbar, forschte der Beamte. Hin und wieder ein paar Flaschen Wein, auch mitunter Sekt, aber nicht übermäßig. Das gab keinen Anhalt. Die Wohnung der Dame war mit Hilfe des Einwohnermeldeamtes schnell festgestellt. Da sie lediglich auf einen Verdacht hin handeln, mahnte der Beamte seinen energischen Begleiter wohlwollend, so seien sie vorsichtig. Welchen Vorwand wollen sie denn gebrauchen, wenn sie in die Wohnung betreten? Engel lächelte. Einfach. Beim Hinaufgehen werde ich mir irgendeinen Namen von der Tür schildern merken und höflichst um Auskunft über den einen oder die Träger desselben bitten. Könnten sie mich nicht in ihrem Geschäft brauchen? Na, na, nur nicht so zuversichtlich. Ich warte an der nächsten Straßenecke links vor dem Zigarrengeschäft. Engel stieg Trepp auf und klingelte an der Tür, die auf Messingenem Schilde den schlecht gravierten Namen B. Düfken Witwe trug. Eine ältere Dame öffnete ihm. Habe die Ehre, Frau Düfken. Ja, was steht? Sie besann sich und musterte den Herrn, dessen elegantes Äußere es ihr nicht schicklich erscheinen ließ, ihn an der Tür abzufertigen. Bitte treten Sie einen Augenblick ein, ich stehe gleich zu Ihren Diensten. Engel betrat einen kleinen Empfangssalon, dessen raffiniert geschmackvolle Einrichtung ihn entzückte, ihm aber auch sofort die Frage nahelegte, woher dieser Reichtum? Die Möbel, sämtlich in englischem Geschmack gehalten, waren zweifellos neu, nirgends eine Schramme auf den rotpolierten Armläden, keine Spur von Abnutzung an den seidenen Bezügen der Sessel und Stühle, tadellos die Schränke und Tische etwas vertreten als Zeichen der Benutzung allein der dicke Teppich. Die Damen mussten in sehr vermögenden Verhältnissen leben, oder aber die kostbare Einrichtung stand hier zu Unrecht. Die letztere Ansicht befestigte sich in Engel sofort, als die Hausfrau nach ein paar Minuten eintrat und er sie im hellen Lichte des Zimmers betrachten konnte. Nichts Feineres durch Geistigtes in ihrem Gesicht und nichts Gewandtes in ihrem Benehmen, vor allem aber auch keinerlei Geschmack in ihrer Kleidung. Ein Dutzend Gesicht, sagte sich der Beobachter, eine Frau, die in der anderen Sphäre groß geworden sein muss und mit ihrer braven Schlichtheit in dem Reichtum sich wohlfühlt, sich aber erst noch anzupassen hat. Engel führte seinen Vorsatz aus und erkundigte sich so eingehend nach den Verhältnissen eines einer Etage tiefer wohnenden Brauereidirektors und die rätselige Frau gab so erschöpfende Auskunft, dass der Besucher seinen Zweck, die Unterredung hinauszuziehen und das Vertrauen der Frau zu gewinnen, leicht erreichen konnte. Als er nichts über den ihm herzlich gleichgültigen Herrn mehr zu fragen wusste, überschüttete er die Frau mit Komplimenten über die Einrichtung ihres Heimes. »Gnädige Frau, ich fürchte nur, schloss er lebhaft, Ihre Güte allzu sehr in Anspruch zu nehmen, sonst hätte ich wohl eine Bitte an Sie, eine recht große. Wollen Sie mir dem zudringlichen Fremden das Vergnügen bereiten, mir auch die weiteren Räume der Wohnung und ihre Wunder zu zeigen?« Die Frau lächelte geschmeichelt. »Wenn es Sie interessiert,« sagte sie. »Aber bitte, nur wenn ich Sie nicht im Geringsten störe,« bat Engel auf das Verbindlichste. Die Frau öffnete schon eine Seitentür. »Das ist unser Schönstes,« betonte sie, und Engel trat in ein geräumiges Eckzimmer, das bis auf die Decke ganz im Rokoko-Stil eingerichtet war, nicht fürstlich kostbar gerade, aber doch so auffallend gediegen, dass es unmöglich mit dieser Bewohnerin in Einklang zu bringen war. In einem dritten Zimmer trafen sie auf eine junge Dame in weißem Hauskleide, die ihre lebhaften braunen Augen einen Augenblick lang neugierig auf dem Fremden ruhen ließ und dann rasch vortrat, um eine Gardine, die über das halbe Zimmer ausgebreitet lag, zusammenzuraffen und so den Eintritt freizumachen. Die Dame, zweifellos die Tochter, war schön, wie eine Edeltanne schlank aufgewachsen mit feinem Kopfe und gewinnendem Minenspiel. Ihre Bewegungen waren so unvergleichlich elastisch und zugleich graziös, dass sie Engel gefesselt hätten, wenn seine Aufmerksamkeit nicht plötzlich von der ausgebreiteten Gardine in Anspruch genommen worden wäre. Spachtelstorz von reichster Ausführung. Ein ähnliches, nein, dasselbe Muster wie in der Villa Behrendt. Und da, halblos getrennt, das P mit der Krone. Engel musste sich zusammennehmen, um sich nicht zu verraten. »Meine Gnädigste«, sagte er, »verzeihen Sie mir, dass ich Sie gestört habe, Sie waren beschäftigt.« »Allerdings, aber das tut nichts«, antwortete die Angeredete mit klingender Stimme. Als sie das Interesse bemerkte, das der Besucher dem Store zuwandte, meinte, sie lachen. »Ja, hübsch nicht. Aber, aber, gucken Sie einmal hier, eine Krone über dem Buchstaben. Haha, was sollen wir mit einer Krone? Die muss ich nun herausdrennen. Eine schöne Arbeit.« »Die Stars sind wohl ein Geschenk, mein gnädiges Fräulein?« »Oh ja, von meinem Bräutigam. Nur der Besteller, ein ausländischer Fürst, teilt diese Prachtstücke mit uns und ein Spitzbube, der die letzten Stücke aus der Fabrik gestohlen hat. Nette Gesellschaft, das. Was?« Sie sagte das ganz harmlos, mit einem Anflug von Humor. »Ah, gestohlen?«, fragte Engel. »Ja, Sonntagabend schickte mein Verlobter, übrigens bis jetzt sind wir noch heimlich verlobt, diese beiden hier, und in der Nacht vom Sonntag zum Montag wurden die beiden letzten von dem Kassendiebe mitgenommen.« »Kassendiebe? Also auch noch Kassendiebstahl?«, fragte Engel scheinbar überrascht. »Jawohl, bei Behrendt und Sohn in Neuenfelde. Haben Sie denn davon nicht gelesen?« Und sie erzählte dem Besucher die ihr bekannten Einzelheiten und nannte im Eifer des Gesprächs auch ihren Verlobten Juritz. Engel wusste genug. Diese beiden Frauen hier waren harmlos, das konnte ein Blinder erkennen. Engel fragte sich nicht weiter, ob auch die Möbel von dem Verlobten herrührten, er nahm es ohne diese Bestätigung als gewiss an und verabschiedete sich von den Damen mit freundlichen Dankesworten. Noch eine kurze Unterredung mit den Beamten, dann benutzte Engel den nächsten Zug und war bald nach sechs Uhr wieder in Neuenfelde. Engel begab sich, als Franz berichtete, Herr Behrendt sei bereits in der Wohnung sofort nach der Villa. Der Hausherr empfing ihn mit herzlicher Begrüßung und klagte ihm nach einer Weile, dass der Hamburger Beamte immer noch nicht eingetroffen sei. »Doch«, entgegnete Engel. »Haben Sie ihn gesehen?« »Er ist bereits seit Freitag hier.« »Nicht möglich. Woher wollten Sie das wissen?« »Ich bin es selbst, Herr Behrendt.« Und er legitimierte sich. »Sie, der Kommissar?« »Ja«, der alte Herr vermochte vor Überraschung kaum zu sprechen. Er ließ sich in einen Sessel nieder und sah halb scheu, halb bewundert zu dem Beamten auf. »Ich bin Ihnen, Herr Behrendt«, nahm Engel das Wort, die Erklärung schuldig, dass es ein Polizeikneff ist, bei Reisen nach auswärts den Zeitpunkt der Ankunft nicht zu verraten, vielmehr einen späteren Termin festzusetzen und inzwischen schon in aller Heimlichkeit tätig zu sein. »Auch bin ich an der Arbeit gewesen, und wenn ich jetzt mit Genugtuung feststellen darf, dass ich Erfolg hatte, so wird meine Freude darüber doch durch den Gedanken betrübt, dass ich mit der Aufklärung des Verbrechens Ihnen einen Schmerz bereiten, ja, Sie noch auf weitere bisher nur unentdeckte Verluste vorbereiten muss.« »Was sagen Sie da? Schmerz? Und noch weitere Verluste?«, fragte der alte Behrendt hastig. »Leider beides. Zunächst, Herr Behrendt, der Dieb ist einer Ihrer Angestellten.« Der alte Herr sprang erregt auf. »Wer?« Er schrie es fast. »Ihr Vertrauensmann.« Behrendt wankte und hastete nach einer Stuhllehne. »Wer?«, wiederholte er heiser. »Juritz.« Ein Aufschrei entrang sich den Lippen des alten Mannes, der die betagte Hausfrau herbeieilen und besänftigend auf ihn einsprechen ließ. Erschüttert ließ er sich in einen Sessel fallen, und Tränen spiegelten sich in seinen und der kreisen Gattin Augen. »Mein Beruf ist oft grausam,« hob nach einer Weile der Kommissar wieder an. »Aber glauben Sie mir, ich fühle trotzdem mit Ihnen. Man muss oft hart sein, aber das Herz ist dann unbeteiligt. Ich muss es auch jetzt schweigen lassen und Ihnen den Rat geben. Fassen Sie sich und übergeben Sie den Verbrecher seinem wohlverdienten Geschick. Und mir gestatten Sie, Ihnen kurz zu berichten. Dass ich bereits am Freitagabend angekommen bin, habe ich schon gesagt. Den ersten Verdacht fasste ich an diesem Abend in der Weintraube. Die Dörfler sprachen von ihrem Herrn Juritz feindselig, dem einzigen in ihrem Hause. Solch eingewurzelte, von allen ausgesprochene oder im Stillen geteilte Feindschaft ist nie ohne Grund. Und man trifft in neunzig von hundert Fällen das Richtige, wenn man, sind die Angreifer, ehrliche Menschen, dem angegriffenen minderwertige Eigenschaften zuschreibt. Der stille Hass der Leute wurde mir begreiflich, als ich Herrn Juritz kennenlernte. Er ist keine offene Natur. Diese Überzeugung stand sofort in mir fest. An seiner Gleichgültigkeit und Zerstreutheit meinem Auftrage gegenüber glaubte ich auch, Mangel an Geschäftsinteresse zu erkennen. Und da er ohne Eifer nicht zu seiner hervorragenden Stellung gekommen sein konnte, musste dieser ihm erst neuerdings verloren gegangen sein. Vielleicht erst in den allerletzten Tagen. Nach dem Verbrechen, nachdem ihn andere Gedanken mehr in Anspruch nahmen. Weitere Nahrung erhielt mein Misstrauen durch den Umstand, dass Juritz die Nachforschung vorwiegend nach außerhalb der Fabrik verlegte und durch die auffallende Tatsache, dass der Geldschrank genau da erbrochen war, wo sich im besonderen Fache das Geld befand und wo es nur von einem Eingeweihten vorausgesetzt werden konnte. Ein Wink der Leute im Wirtshause wies mich zu Recherchen nach Kiel. Dorthin sollte er oft gefahren, auch wie ich schließen konnte, dort seinem Vergnügen nachgegangen sein. Pardon, ich muss eine Bitte um Verzeihung einflechten. Aus dem Album »In Ihrem Arbeitszimmer« habe ich das Bild Juritz an mich genommen. Vergeben Sie gütigst. Es hat seine Dienste getan. Es hat die Ermittlung seiner Geliebten ermöglicht. Und die Entdeckung in deren Wohnung überraschte auch mich. Ich glaube nicht ein Augenblick an eine Mitschuld des jungen Mädchens, das vielleicht nicht bedeutend sein mag, aber gewiss auch nicht schlecht, höchstens leichtsinnig ist. Die Wohnung der Dame und ihrer Mutter ist recht kostspielig eingerichtet von ihrem Herrn Juritz. Und, das überraschendste, unter den Geschenken an die Dame befinden sich die beiden gestohlenen Spachtelstores. Das Fräulein war eben mit der nicht leichten Aufgabe beschäftigt, das Initial mit der Krone zu entfernen, vielleicht um das Kreis rund mit anderen Initialen aufzufüllen. Dieser Fund genügte mir herbährend. Ich ließ die Damen ohne Aufklärung und bin jetzt hier, um meines Amtes weiterzuwalten und den Dieb zur Haft zu bringen. Eine strenge Revision der Bücher wird zu dem Diebstahl sicher leider auch noch Unterschlagungen ergeben, von denen die Kosten der luxuriösen Wohnung bestritten wurden. Während bedeckte beide Augen mit den Händen und seine Gattin streichelte ratlos ein graues Haar. Minutenlang herrschte Schweigen. Dann rang es sich rauf von den Lippen des alten Herrn. Tun Sie Ihre Schuldigkeit. Der Kommissar verbeugte sich und ging. Noch an demselben Abend ging an den Senator Lachmann ein ausführliches Telegramm ab. Einbruch aufgeklärt. Täterprokurist Juritz verhaftet. Auf seine Spur führte mich Übelwollen gegen ihn hier im Dorfe. Kieler Kollege hat sich täuschen und von dem Verbrecher selbst führen lassen. Zur Überführung dienten die in der Zeitung gar nicht in Behrends Brief nebensächlich erwähnten Spachtelstores. Hat sie in der Verbrecherdummheit seiner Geliebten geschenkt. Behrend sehr erschüttert. Telegramm würde wohltun, wenn Rat erlaubt. Wolf Nach Monaten fand die Hauptverhandlung vor dem Gerichte statt und die Zeitungen brachten unter der Überschrift die verhängnisvollen Spachtelstores lange Berichte. Juritz wurde schuldig erklärt und wanderte auf Jahre ins Zuchthaus. Bald nach seiner Verhaftung hatte er das Versteck des geraubten Geldes angegeben und gleichzeitig der Wahrheit gemäß ausgesagt, dass sich ein Sparkassenbuch über unterschlagene Gelder im Besitze seiner Geliebten befinden. Die Unterschlagungen hatten einen großen Umfang angenommen, indes wurde der größte Teil des Geldes zurückbeschafft. An Juritz Stelle trat der nach dem traurigen Vorgang sofort zurückberufene Behrendt Junior. Und als dieser im Herbst mit der Tochter Senator Lachmanns sich vermählte, fehlte auf der Hochzeit auch der Kommissar Wolf nicht. Unser Engel, wie ihn der glückliche junge Ehemann nannte, der Engel mit den Spachtelstores, wie ihn seine Kollegen seit der Neunfelder Affäre scherzweise getauft hatten. Ende von Spachtelstores Aufgenommen von Welfenelfe Deutsche Waren unter ausländischen Titeln von einem unbekannten Autor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Deutsche Waren unter ausländischen Titeln In den letzten 30 Jahren lebte zu München der Hof-Uhrmacher M. Allgemein geachtet, tüchtig in seinem Berufe, stand er auch bei dem Könige in hoher Gunst, da dieser ein Liebhaber schöner und künstlicher Uhren war. In der Werkstätte des Herrn M. musste alles auf das Sorgfältigste ausgeführt werden. Darum fand er selten einen Gehilfen, der nach seinem Sinne arbeitete und klagte oft, dass Fleiß und Geschicklichkeit seit seiner Jugend viel seltener geworden seien. Er hatte einen Jugendfreund in Würzburg, der, ebenfalls sehr tüchtig in seinem Fache, eine Uhrenfabrik betrieb. An diesen warnte er sich einst mit der Bitte, ihm womöglich einen geschickten Gehilfen zu senden. Eine günstige Antwort kam. Ein junger Mann, Ignaz F., hatte in des Freundes Geschäft gelernt und dann noch eine Zeit lang gearbeitet, wollte sich aber nun auch einmal in anderen Städten umsehen und war bereit, bei Herrn M. einzutreten, der sich indes nicht an das etwas kurz angebundene Wesen des Empfohlenen stoßen sollte, da dieser ein origineller Kauz sei. Nach einiger Zeit kam der neue Gehilfe. Der Meister zeigte F. die Werkstätte, wo er arbeiten sollte. Von den hingelegten Werkzeugen schob der junge Mann viele beiseite. »Was machen Sie da?« fragte M. erstaunt. »Hab's besser«, war die Antwort, und damit zog er ein feines Etui hervor, welches alle nötigen Instrumente trefflich gearbeitet enthielt. Das gefiel dem Meister wohl, und er reichte dem Ankümmling eine goldene Repetieruhr hin, an welcher er selbst sich vergebens bemüht hatte, den Schaden zu entdecken. Der neue Gehilfe betrachtete sie aufmerksam, und mit dem Ausruf, »Ah, weiß schon«, machte er sich an die Arbeit. Nach einer halben Stunde trat er zu Herrn M. mit der Frage, »Was weiter?« »Was macht die Uhr?« erwiderte dieser. »Ist fertig«, lautete die erstaunen erregende Antwort. »Was fehlte ihr denn eigentlich?« »War nur ein Loch verbohrt.« Zu des Meisters Freude hatte er endlich einen Arbeiter gefunden, der seine Sache aufs Pünktlichste verstand. Er konnte vollständig zufrieden sein, nur ärgerte ihn des Gehülfen kurzes, weiß schon, wenn er diesem etwas erklärte, was derselbe verstand, und es gab eigentlich nichts anderes. Nach einem halben Jahre nötigten Familienverhältnisse Herrn M. zu einer Reise in seine alte Heimat, das südliche Tirol. Er übergab Ignaz F. sein ganzes Geschäft und führte ihn insbesondere den Tag vor der Abreise nach dem königlichen Schloss, wo allwöchentlich die Uhren aufzuziehen waren. Nachdem er ihm die verschiedenen Uhren gezeigt, sagte er, in das Königsschreibzimmer tretend, »Diese astronomische Uhr muß ich ihrer besonderen Sorgfalt empfehlen, da das Werk sehr kompliziert ist.« »Weiß schon.« »Die Königin ließ sie zu des Königs Geburtstag kürzlich von England kommen«, fuhr der Meister fort. »Weiß schon«, wiederholte ruhig der Angeredete. Mit einem ärgerlichen Blick sprach Herr M. weiter, »Sie müssen dieses Thürchen öffnen, um an das Uhrwerk zu kommen.« Ignaz F. stand noch in der Mitte des Zimmers, und ohne näher zu treten, erwiderte er nur, »Weiß schon.« Nun konnte der Meister seinen Zorn nicht länger bezwingen. »Was wissen Sie?« »Gar nichts.« »Glauben Sie, ich ließe mich foppen, ich, der Hofuhrmacher seiner Majestät, »Foppen von einem jungen Manne?« Da trat dieser näher und sagte, »Wollen Sie gütigst einmal hinten auf das Knöpfchen drücken?« »Da ist kein Knöpfchen«, polterte Herr M. »Doch.« »Sehen Sie?« Und damit drückte F. auf ein unscheinbares Knöpfchen und hielt dem Meister ein Messingplättchen hin, worauf stand »Ignaz F. Würzburg, 18.« »Was hat das zu bedeuten?« fragte erstaunt der Hofuhrmacher. »Dass ich diese Uhr gemacht.« »Sie?« Und sprachlos maß er seinen Begleiter von oben bis unten, schüttelte ungläubig seinen Kopf und sagte, »Wir ließen Sie ja von England kommen.« »Ganz recht.« »Diese Uhr war mein Gesellenstück, und mein Meister verkaufte sie für siebenhundert Gulden an das Geschäft William L. in London. Sie haben vielleicht tausend Gulden dafür bezahlt.« »Ein-Tausend-Fünfhundert Gulden«, erwiderte Herr M. Für die Wahrheit dieser Geschichte verbirgt sich der Einsender. Und die Moral? Schon seit mehreren Jahrzehnten, aber in der letzten Zeit immer mehr, liefert der Deutsche Gewerbefleiß ausgezeichnetes, das den besten Leistungen des Auslandes gleichkommt, oft sie übertrifft. Eine Menge deutscher Industrieerzeugnisse, namentlich solche, welche musterhafte Arbeit und vollkommene Kenntnis der neuesten wissenschaftlich-technischen Errungenschaften verlangen, wandern höchst zahlreich ins Ausland, wo sie vielleicht kaum so gut, jedenfalls nur, zu höheren Preisen hergestellt werden können, und werden entweder dort als Pariser oder Londoner Arbeit verkauft und kehren gar unter dem Titel von solchen und mit bedeutend erhöhten Preisen nach Deutschland zurück. Andere deutsche Waren werden wenigstens französisch oder englisch getauft. Da solche Fälschungen alltäglich geschehen, weiß nachgerade fast jedermann. Wer soll also heutigen Tages noch durch jene Fälschungen getäuscht werden? Wäre es nicht endlich an der Zeit, daß jeder deutsche Gewerbsmann, wie es auch viele bereits thun, solche Selbsterniedrigung verschmähte, die nicht bloß unwürdig, sondern auch nutzlos ist? Denn all jene Waren würden, mit deutscher Inschrift versehen, und ohne den fremden Zwischenträger, dem deutschen Arbeiter mindestens ebenso gut, oft sogar ahnsehnlich besser bezahlt werden. Ende von Deutsche Waren unter ausländischen Titeln Höchstlund